Charles Fraser, The Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes und das Turiner Grabtuch Die Abenteuer des alten Sherlock Holmes, Folge 31 Gelesen von Andreas Lange Watson, nun werfen Sie doch endlich den sabbernden Köter vom Sofa! Holmes warf mir einen verärgerten Blick zu, den ich aber wie gewohnt ignorierte. Stattdessen streichelte ich lieber meinen neuen vierbeinigen Freund Sausages. Ich gebe zu, die Namenswahl hätte etwas weniger speziell sein können, doch die kleine Emma, Alices Adoptivtochter, hatte ihn aber eben mal so getauft. Vor circa zwei Wochen lief mir Sausages das erste Mal bei meinem morgendlichen Spaziergang nach. Ich tätschelte ihn freundschaftlich, schenkte ihm jedoch weiter keine Beachtung. Am nächsten Tag gestaltete es sich ähnlich und am dritten Tag saß er bereits vor unserem Haus in der Baker Street und holte mich sozusagen zu meinem Spaziergang ab. Also beschloss ich kurzerhand, dem kleinen süßen Rabauken so lange Obdach zu gewähren, bis ihn jemand als vermisst melden würde. Holmes jedoch wollte keinesfalls so lange warten und beschloss, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Er malte zusammen mit der kleinen Emma vermissten Plakate. Zum Glück hatte er ihr aber versprochen, sie dürfe Sausages auf den Plakaten zeichnen. Vermutlich blieb deshalb auch die Suche nach dem Besitzer bisher erfolglos. Obwohl ich eigentlich kein allzu großer Hundefreund bin, hatte ich den wadenhohen weißen Mischling aber schnell in mein Herz geschlossen. Ebenso erging es Alice und Eddie Miller mitsamt ihren Kindern. Holmes dagegen zeigte sich über den neuen Mitbewohner nur wenig erfreut. Oft genug beschwerte er sich über den Geruch, den Dreck und das ganze Gesabber des Hundes. Darüber hinaus bezeichnete er Sausages häufig auch als Ratte oder Klobürste. Und allmählich fing ich an, seine Beleidigungen meinem neuen Hund gegenüber persönlich zu nehmen. Eigentlich jedoch glaube ich, dass Holmes einfach nur eifersüchtig auf meinen neuen Weggefährten ist. Vielleicht lag es aber schlicht und ergreifend auch nur daran, dass Holmes schon seit längerer Zeit keine neuen Aufträge mehr erhalten hatte. Dementsprechend war seine allgemeine Laune und die er, wie mir schien, nun an mir und meinem neuen vierbeinigen Begleiter ausließ. »Wir könnten es noch mit einer Annonce in der Zeitung versuchen«, sagte Holmes weiter und sah mich dabei an, als wäre dies die Idee des Jahrhunderts. »Ich glaube, wenn sich der ehemalige Besitzer von Sausages bisher nicht gemeldet hat, so wird dies schon seine Gründe haben«, erwiderte ich und streichelte dem Hündchen dabei zärtlich über das Köpfchen. »Was heißt hier ehemalig, Watson?« »Der Hund wird von mir hier nur vorübergehend geduldet, und das auch nur, weil ich ein äußerst angenehmer und toleranter Charakter bin.« Jetzt musste ich aber doch lachen. Dass Holmes sich selbst als geduldigen und angenehmen Charakter bezeichnete, grenzte fast an Zynismus. Verärgert schnaubte er weiter, »Der Hund muss weg, und zwar zügig. Laut unserem Mietvertrag übrigens werden auch gar keine Haustiere hier geduldet. Ach, das veraltete Ding, das stammt doch noch aus der Feder der guten alten Mrs. Hudson. Gott habe sie selig und gehört doch längst überarbeitet. Außerdem bin ich mir sicher, Alice hat nichts dagegen, wenn der kleine Sausages bleibt.« Alice, die Nichte der verstorbenen Mrs. Hudson, war unsere neue Vermieterin. Und nicht nur das, sie war Holmes und mir stets eine gute Freundin, und zusammen mit ihrem Mann Eddie und den adoptierten Kindern, Emma, Patrick und Mary, war sie inzwischen so etwas wie unsere Familie. Doch des lieben Friedenswillens, fragte ich Holmes, »Hätten Sie vielleicht Lust, Sausages und mich auf einem kleinen Spaziergang zu begleiten, Holmes? Ich denke, ein bisschen frische Luft und ein wenig die Beine vertreten tut uns sicher beiden gut.« Doch Holmes schnaubte nur, »Danke.« »Nein, ich bevorzuge die stickige Luft hier drinnen.« Ich zuckte mit den Schultern und erhob mich etwas umständlich vom Sofa. Denn mein Knie machte mir wieder zu schaffen, vor allem, wenn ich längere Zeit saß. Auch die Hüfte und mein Rücken meinten es nicht mehr allzu gut mit mir, aber so war das halt mit dem Alter. Sausages sprang ebenfalls vom Sofa, was von Holmes mit einem stummen Nicken quittiert wurde. Schwanzwedelnd stand er voller Vorfreude vor mir. Ich beugte mich zu ihm hinunter und tätschelte wieder sein Köpfchen. »Ja, du bist doch ein guter Junge.« »Mein guter Junge bist du. Gehen das Hündchen und ich jetzt ein bisschen Gassi?« »Na, was sagst du?« »Ich bitte Sie, Watson, hören Sie doch auf, mit der Töle zu sprechen, als wäre er ein Kleinkind. Das ist ja kaum zu ertragen.« »Hör nicht auf den bösen Holmes«, sagte ich nur und tätschelte Sausages weiter. »Bist ein ganz feines Hundchen und keine Töle. Nein, wir lassen den alten Miesepeter jetzt alleine und gehen schön Gassi-Gassi.« Holmes schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn, während ich mir die Leine schnappte und den alten Grießgram alleine zurückließ. Ich lief mit Sausages ein Stück die Baker Street entlang, bog dann in die York Street und nahm das Plakat vom Baum, das meinen gefundenen Hund beschrieb, knüllte es zusammen und steckte es verstohlen in meine Manteltasche. Ich fühlte mich seit langer Zeit wieder zufrieden und beinahe glücklich. Der Hund tat mir einfach gut. Ich hatte wieder eine Aufgabe und einen Freund, der zu mir und an meine Seite gehörte. Ich genoss die ersten warmen Sonnenstrahlen, die langsam der Frühling mit sich brachte. In wenigen Tagen war Ostern und ich überlegte, womit ich Alices Kindern eine Freude bereiten könnte. Ob Holmes wohl beim Ostereierfärben mitmachen würde? Vielleicht könnte ich ihm die Idee ja als irgendein chemisches Experiment unterjubeln. Ich sollte mal mit Alice darüber sprechen. Ich war also ganz in Gedanken versunken, als ich schließlich wieder die Baker Street 221 B erreichte und einen Mann beobachtete, der seiner Kleidung nach zu urteilen ein Priester sein musste und der unsere Adresse mit dem Brief, den er in der Hand hielt, verglich. Mein Herz schlug schneller. Hoffentlich war der Mann nicht wegen Sausages gekommen. War das etwa sein Besitzer, der sich freute, endlich sein kleines Hündchen wieder in die Arme schließen zu können? Ich beobachtete Sausages, der im Moment nur Augen für den Busch an der Seite der Straße hatte und diesen ausgiebig beschnüffelte, ehe er sein Beinchen hob und seine Duftnote hinterließ. Ich beschloss, auf den Mann zuzugehen und ihn anzusprechen. Entschuldigen Sie, kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen? Dabei beobachtete ich den Priester genau, wie er auf Sausages reagieren würde, doch zu meiner Erleichterung schenkte er dem Hund überhaupt keine Beachtung. Der Priester musterte mich ebenfalls für einen kurzen Augenblick und sagte dann, Ich suche die Baker Street 221 B. Hier an der Hauswand steht aber nur 221. Wissen Sie, ob ich hier richtig bin? Ich lächelte und nickte. Ja, das sind Sie. Ich wohne hier in der 221 B. Zu wem wollen Sie denn, wenn ich fragen darf? Dann sind Sie Sherlock Holmes? Oh, es ist mir eine Ehre, Mr. Holmes. Nein, nein, unterbrach ich den Mann. Ich bin sein Mitbewohner Dr. Watson. Bitte kommen Sie doch mit mir. Ich bringe Sie zu Mr. Holmes. Dankend folgte mir der Mann. Ich hoffte, dass sich Holmes' Laune zwischenzeitlich etwas gebessert hatte. Gleichzeitig überlegte ich, was der Priester wohl von Holmes wollte. Vielleicht ein neuer Fall? Wahrscheinlich wurde eine Kerze von einem Grab entwendet. Oje, Holmes würde ausflippen. Als ich zusammen mit dem Priester unsere Wohnung betrat, fand es Holmes nicht einmal der Mühe wert, aufzublicken. Stattdessen schimpfte er direkt los. Sind Sie schon wieder hier? Sie hätten Ihren Spaziergang gerne länger genießen dürfen. Ich räusperte mich einmal laut, was Holmes dann doch noch dazu brachte, von seiner Lektüre aufzublicken. Und wer sind Sie? fragte er in unfreundlichem Ton, wohl in der Annahme, dass es sich hier nur um einen weiteren, langweiligen, nicht Holmeswürdigen Fall handeln konnte. Der Priester trat einen Schritt hervor und streckte Holmes grüßend die Hand entgegen. Guten Tag, ich bin Pater Stefan, erster Sekretär des Dekan von Westminster. Ich bin von ihm beauftragt worden, Ihnen dieses äußerst dringliche Schreiben persönlich zu überbringen. Und erreichte Holmes den Umschlag. Erwartungsvoll nahm dieser den Brief entgegen und öffnete ihn sofort, ohne mit der sonst üblichen peniblen Prüfung. Nach wenigen Zeilen schnellten Holmes Augenbrauen nach oben, was ein untrügliches Zeichen dafür war, dass Holmes den Inhalt höchst interessant befand. Der Brief stand von Maurilio Fassati persönlich? fragte Holmes. Maurilio wer? fragte ich ahnungslos. Doch noch ehe Pater Stefan antworten konnte, hatte Holmes schon zu einem seiner bissigen Kommentare angesetzt. Wenn Sie nicht die ganze Zeit mit diesem sabbernden Schoßhündchen verbringen würden und ihre Nase stattdessen öfters mal in die Zeitung steckten, lieber Watson, so würden Sie wissen, dass es sich bei Maurilio Fassati um den erst im März durch Papst Pius XI. neu ernannten Kardinal von San Marcello handeln würde. Aha, sagte ich emotionslos. Und dieser Kardinal soll wo beheimatet sein? In der Kathedrale von Turin, dem Duemo di San Giovanni, brachte Holmes seinen Wissensstand zum Besten. Sehr beeindruckend, Sir, sagte Pater Stefan anerkennend. Sind Sie vom Inhalt dieses prekären Schreibens im Bilde? fragte Holmes den Pater. Dieser schüttelte den Kopf. Nein, das bin ich nicht. Lediglich, dass der Brief vom ehrwürdigen Kardinal Fassati stammt, ist mir bekannt. Dann danke ich Ihnen für die Überbringung. Richten Sie doch bitte Ihrem Dekan aus, wir werden uns selbstverständlich darum kümmern. Pater Stefan verabschiedete sich mit einer angedeuteten Verbeugung und einem Kreuzzeichen. Als er die Türe hinter sich schloss, fragte ich Holmes. Wir? Aber selbstverständlich, Watson. Oder wollen Sie mich die Reise nach Turin etwa alleine antreten lassen? Turin? Italien? fragte ich fassungslos. Glauben Sie nicht, dass Sie mich vielleicht zuerst einmal fragen sollten? Lieber Dr. Watson, würden Sie mit mir zusammen nach Turin fahren, um unseren neuen Fall zu lösen? fragte Holmes zerknirscht. Nein, das tue ich nicht, gab ich mit fester Stimme zurück. Es ist wegen dem Köter, nicht wahr? erwiderte Holmes genervt. Ja, vielleicht, gab ich etwas beleidigt zurück. Wer soll sich denn in meiner Abwesenheit um den armen kleinen Sausages kümmern? Alice, die Kinder, vielleicht wird er aber auch endlich von seinem wahren Besitzer abgeholt, dann hat es sich eh ein für alle Male ausgekümmert. Holmes zuckte mit den Schultern. Wer weiß das schon? Das könnte Ihnen so passen, sagte ich leicht gereizt. Es wird einen Grund haben, weshalb Sausages von zu Hause ausgerissen ist und nun da ist, wo er ist, nämlich hier bei mir. Aber mein lieber Watson, versuchte es Holmes dieses Mal eine Spur versöhnlicher. Bei Alice und den Kindern wird es ihm doch an nichts fehlen. Vielleicht vermisst er aber auch sein Herrchen und ist die ganze Zeit traurig. So viel geheucheltes Mitgefühl für meinen Hund? Holmes, sie sind erbärmlich. Und das alles nur, damit ich sie begleite. In diesem Moment kam Alice zur Tür herein. Sofort hob sie beschwichtigend die Hände. Leise, alle beide, sagte sie bestimmt. Euch zwei Streithähne hört man ja schon durch das ganze Treppenhaus. Und um was geht es diesmal? fragte sie leicht genervt und warf dabei Sausages einen wissenden Blick zu. Und was wollte eigentlich dieser Priester von Ihnen, der soeben das Haus verlassen hat? Wir haben einen neuen Auftrag, teilte ihr Holmes freudig mit. Watson und ich reisen nach Turin. Tun wir nicht, erwiderte ich eigensinnig. Ich zumindest nicht. Turin? In Ihrem Alter? Aber so eine Reise ist doch viel zu beschwerlich für Sie, und zwar für Sie beide, sagte Alice überzeugt. Meine liebe Alice, Sie wissen ja überhaupt nicht, wie viele und auch teils beschwerliche Reisen Watson und ich schon unternommen haben. Damit verglichen ist, so eine Fahrt nach Turin ein Katzensprung für uns, brüstete sich Holmes. Dann komme ich mit Ihnen, sagte Alice unerwartet. Nein, das tun Sie nicht, Alice. Erstens wollen wir nicht mit weiteren fünf geretteten Kindern, drei Hunden und sechs Katzen, ja, und vielleicht auch noch mit einer neuen zweiten Haushaltshilfe heimkommen. Und zweitens, wer soll sich denn sonst um den armen Sausages kümmern, wenn Sie mit uns reisen? Nein, nein, Sie bleiben schön hier. Alice dachte kurz darüber nach. Ich befürchte, Sie haben recht, Holmes. Ich kann meine Kinder und natürlich allen voran Eddie, dabei zwinkerte sie uns verschwörerisch zu, nicht so lange alleine lassen. Gott allein weiß, was ihm noch alles so einfällt. Holmes atmete erleichtert auf. Das ist sehr weise von Ihnen, Alice. Ach, tun Sie doch nicht so. Sie freuen sich doch eigentlich darüber, dass ich nicht mitkomme und Sie beide unter die Fuchtel nehmen kann. Dabei kniff sie Holmes freundschaftlich in die Seite. Aber Sie, lieber Dr. Watson, bitte überlegen Sie es sich noch einmal. Begleiten Sie doch bitte Holmes nach Turin und wenn Sie es auch nur mir zuliebe tun. Dabei sah sie mir mit ihrem »Keiner kann Alice was abschlagen« Blick tief in die Augen. Ich seufzte einmal tief durch. Um was geht es eigentlich in diesem mysteriösen neuen Fall, dem Sie so voller Vorfreude entgegenfiebern? Der ehrwürdige Kardinal Fassati hat sich wohl an das damalige Attentat auf die Konklave, das wir verhindern konnten, erinnert. Deshalb werden wir wohl jetzt von ihm beauftragt, das verschwundene Grabtuch wiederzufinden. Sie meinen, das berühmte Turiner Grabtuch? fragte ich mittlerweile doch etwas aufgeregt. Genau das. Und es versteht sich von selbst, dass dies die allerhöchste Diskretion von uns, aber auch von Ihnen, liebe Alice, fordert. Noch ist der breiten Öffentlichkeit nämlich nicht bekannt, dass das Tuch entwendet wurde. Was genau hat es denn damit auf sich? fragte Alice. Das Turiner Grabtuch wird ja bekanntermaßen als das Grabtuch von Jesus Christus angesehen. Es wird in der Grabtuchkapelle des Turiner Doms seit Ende des 17. Jahrhunderts aufbewahrt. Es ist aus Leinen, knapp viereinhalb Meter lang und gut einen Meter breit. Auf der Vorder- und Rückseite zeigt das Tuch das Abbild eines Menschen und soll angeblich das Gesicht des Jesus von Nazareth zeigen, erklärte uns Holmes. Soll oder ist es tatsächlich das Gesicht von Jesus? fragte Alice. Ganz klar soll. antwortete ihr Holmes. Die erste schriftliche Quelle, in der das Tuch erwähnt wurde, reicht bis in die Mitte des 14. Jahrhunderts zurück. Bereits 1389 schrieb der Bischof von Troyes einen Beschwerdebrief an Papst Clemens VII., in dem er der Kirche fälschliches und betrügerisches Handeln, getrieben von Habgier, vorwirft. Er prangerte darin an, dass das Tuch von einem geschickten Künstler arglistig gemalt worden sein soll und das mit vollem Wissen der Kirche. Daraufhin befahl Papst Clemens dem Bischof unter Androhung der Exkommunion, stillschweigen über seine Ansichten betreffend des Grabtuchs zu halten. Alice stieß einen leisen Pfiff aus. Alle Achtung! Sie zweifeln die Echtheit des Tuches ebenfalls an? fragte ich Holmes. Watson, Sie wissen, dass ich kein allzu großer Verfechter religiöser Ansichten und Bräuche bin. Ich habe das Tuch nie persönlich gesehen oder es analysieren können. Und auch die Kirche selbst stuft das Grabtuch nicht als Reliquie, sondern lediglich als Ikone ein. Somit wird es als existenzielle Verbindung zum Dargestellten betrachtet. Wenn Sie mich fragen, ich halte das für absoluten Humbug. Vielleicht bin ich aber auch einfach nicht gläubig genug. Wie sieht es denn bei Ihnen damit aus, Watson? Für mich ist es äußerst schwer vorstellbar, dass die Kirche einen solchen Schwindel akzeptieren beziehungsweise selbst dafür verantwortlich sein soll. Das ist Ihre Meinung und steht Ihnen außer Frage zu. Ungeachtet dessen schlage ich vor, wir machen uns so schnell wie möglich auf die Suche nach dem Grabtuch. Vielleicht können wir zwei unbedeutende Englishmen ja etwas Licht in die ganze italienische, womöglich intrigante Kirchengesellschaft bringen. Damit stand ich also nun vor der großen Aufgabe, einen Koffer für mich alten Herren zu packen. Wehmütig erinnerte ich mich an früher, als ich für solch ein Vorhaben nicht länger als ein paar Minuten brauchte. Doch heutzutage musste genau überlegt werden, welche Salben gegen Gelenkschmerzen und Pillen für sämtliche Arten von möglichen Wehwehchen mitzunehmen sind. Natürlich stand eine Ingwerwurzel ganz oben auf meiner Packliste. Ich hatte dieser schließlich auf unserer letzten Reise mein Wohlbefinden zu verdanken. Dann musste ich noch daran denken, Alice noch einen genauen Plan für Sausages aufzuschreiben. Was, wann und wie viel er zu fressen bekommen sollte und so weiter. Ach, mein armes kleines Hündchen. Aber auch ich, wie sollte ich es nur schaffen, so lange ohne ihn auszukommen? Wehmütig kraulte ich den kleinen Kerl. Am nächsten Morgen wartete Holmes schon zusammen mit Alice am Auto, um uns zum Bahnhof zu bringen. Ich hörte Holmes schon von weitem schimpfen, dass wir unsere Bahn noch verpassen würden, wenn ich weiter so trödeln würde. Doch ich schleppte weiter vorsichtig meine vollbepackte Reisetasche die Treppen hinunter. Watson, wo bleiben Sie denn so lange? Die Bahn wird sicher nicht auf uns warten, tadelte mich Holmes. Alice wollte mir mit meiner schweren Tasche behilflich sein, doch ich wehrte ab und packte die Tasche neben mich auf die Rückbank des Autos. Was um alles in der Welt haben Sie denn da eingepackt, Watson? Holmes schüttelte unverständlich den Kopf. Sie werden mir noch dankbar sein, wenn Sie wieder irgendein Leiden plagt und ich das passende Mittel dagegen parat habe. Sehr löblich, Doktor, pflichtete Alice mir bei. Holmes dagegen zog scharf die Luft ein, verkniff sich aber eine Antwort. Unsere Reise begann ganz unspektakulär. Wir nahmen die Bahn über Canterbury nach Dover, dann bestiegen wir die Fähre nach Calais, um anschließend die Bahn nach Paris zu nutzen. Von dort würden wir dann mit dem Orient Express weiter nach Turin reisen. Was finden Sie denn bitte so unglaublich amüsant, dass Sie schon seit geraumer Zeit ständig lächeln, fragte mich Holmes schließlich direkt, als wir uns in der Bahn Richtung Paris befanden. Sie, gab ich meinem Freund unverhohlen zur Antwort. Mich? fragte mich Holmes skeptisch. Weshalb das denn? Weil Sie als großer Meisterdirektiv mir diesmal nicht auf die Schliche gekommen sind. Holmes verstand kein Wort. Deshalb befand ich, dass es nun an der Zeit wäre, dem Geheimnis ein Ende zu bereiten und meinen armen kleinen Sausages endlich zu befreien. Ich hatte zwischenzeitlich natürlich immer heimlich dafür gesorgt, dass er sich immer wieder mal die Beine vertreten konnte, also griff ich voller Vorfreude nach meiner Reisetasche und öffnete sie. Mit einem leisen, erleichternden Wuff sprang mein treuer Freund heraus und wedelte fröhlich mit seinem Schwänzchen. Das darf doch nicht wahr sein, stöhnte Holmes im gleichen Moment laut auf. Und natürlich ist es jetzt schon viel zu spät, sie beide wieder nach Hause zu schicken. Ich nickte zustimmend. Wie haben sie sich das bloß vorgestellt, Watson, wetterte Holmes weiter. Soll der Hund den ganzen Tag alleine im Hotel sitzen? Oder wollen sie ihn etwa in den ehrwürdigen Dom mitnehmen und am Altar vorbei Gassi führen? Zum Glück öffnete sich just in diesem Moment die Türe unseres Zugabteils und eine Dame mittleren Alters streckte ihren Kopf herein. Oh, entschuldigen Sie bitte, ich habe nicht gewusst, dass dieses Abteil bereits besetzt ist. Ich nahm die Gelegenheit beim Schopfe und sagte zu ihr, aber Madam, ich bitte Sie, wir haben genug Platz hier, Sie können sich gerne zu uns setzen. Holmes rollte mit seinen Augen, aber wenigstens hörte nun endlich seine Schimpftirade auf. Oh, das ist aber ein süßes Hündchen, das Sie da haben, sagte die Frau, während sie ihren Rock in Form zupfte. Dann warf sie noch einen Blick in ihre Handtasche, stellte diese neben sich ab und schenkte mir dabei ein bezauberndes Lächeln. Darf ich ihn einmal streicheln? fragte sie. Aber selbstverständlich, er beißt auch nicht, antwortete ich geschmeichelt. Sie tätschelte Sausages zärtlich das Köpfchen. Ich bin ein echter Tierfreund, müssen sie wissen, und mir gefallen besonders Männer, die ebenso ein Herz für Tiere haben, flüsterte sie leise und brückte dabei ein Stückchen näher an mich heran. Flirtete die Dame da gerade mit mir? Ich wurde leicht verlegen und lächelte zurück. Holmes saß uns gegenüber zurückgelehnt und mit verschränkten Armen und beobachtete uns beide unverhohlen. Einige Minuten war es ganz still im Abteil und Sausages sprang zu mir auf den Schoß. Es dauerte nicht lange und die Dame begann erneut meinen Hund zu streicheln. Dabei legte sie, wie selbstverständlich, ihre Hand auf meinen Schoß. Nun wurde mir die Situation doch allmählich unangenehm. Das Verhalten der Frau war mir nun doch ein wenig zu aufdringlich. Trotzdem fühlte ich mich irgendwie geehrt, denn es war schon lange Zeit her, dass eine Dame so offensiv mit mir flirtete. Es klopfte an der Abteiltür und der Schaffner trat herein. Guten Tag zusammen, Ihre Fahrkarten bitte. Holmes, der unsere Fahrkarten hatte, reichte sie ihm sofort. Die Frau dagegen durchwühlte umständlich ihre Tasche bis ihren Fahrschein endlich fand. Der Schaffner kontrollierte alles auf seine Richtigkeit und gab uns die Fahrkarten zurück. Dann wandte er sich an mich. Haben Sie für Ihren Hund ein Transportdokument? Ich verneinte. Oh, das tut mir sehr leid, aber an sowas habe ich gar nicht gedacht und ärgerte mich über mich selbst. Die Gebühr für das Dokument können wir doch sicher auch bei Ihnen begleichen, half mir Holmes aus der Patsche und zückte seine Geldbörse. Der Schaffner wurde freundlicher. Selbstverständlich, Sir, jedoch muss ich Sie darauf hinweisen, dass für kleine Hunde eine Transportbox oder ein Körbchen zur Verfügung stehen muss. Führen Sie ein solches mit? Holmes sah mich scharf an. Schnell sagte ich, meine Tasche, guter Mann, mein Hund hat in der Reisetasche Platz. Holmes, wären die Geduld verlor. Schroff schob er mir meine Tasche zu, während Sausages plötzlich von meinem Schoß sprang. Meine Verehrerin zuckte zusammen und ihre Handtasche fiel zu Boden. Ich machte einen Schritt nach vorn, um zu helfen, trat dabei aber leider auf das Pfötchen von Sausages, der daraufhin ein schmerzerfülltes Jaulen von sich gab. Holmes hob das Hündchen hoch und sofort war ich bei ihm und untersuchte seine Pfote, während die Frau ihn streichelte. Nichts passiert, mein Guter, stellte ich fest, woraufhin mir Holmes den Hund wieder übergab. Ihr Hund macht jetzt schon nichts als Ärger, stellte er grimmig fest. Dann ist ja alles wieder gut, ich wünsche Ihnen noch eine gute Reise, sagte der Schaffner, den wir in dem Tumult fast vergessen hätten. Um mich wieder zu fangen, atmete ich erst einmal tief durch. Unsere Mitfahrerin kam schneller zur Ruhe, denn kaum war der Schaffner verschwunden, lag auch schon wieder ihre Hand auf meinem Schenkel. Ich verkrampfte mich nun zusehends, denn sie begann auch noch zärtlich mein Bein dabei zu streicheln. Ich saß stocksteif da und suchte um Hilfe bittend Holmes Blick. Er hingegen wirkte ziemlich entspannt und verfolgte sichtlich amüsiert das ihm dargebotene Schauspiel. Nun wanderte die Hand meiner Sitznachbarin auch noch immer weiter nach oben und ich konnte sehen, wie Holmes um die gleiche Kontenance rang wie ich. Mir wurde ganz heiß und mein Gesicht war sicher puterrot. Wir sind am Ziel, sagte Holmes plötzlich, doch die Dame machte immer noch keine Anstalten, ihre Hand von meinem Schoß zu nehmen. So erhob ich mich hastig und murmelte irgendeine Entschuldigung. Ich habe Ihnen noch nicht einmal meinen Namen verraten, säuselte mir die Frau ins Ohr. Ich heiße Camilla und würde mich sehr freuen, wenn wir uns bald wiedersehen würden. Sie nahm ihre Handtasche und kramte darin. Einen Moment noch, ich gebe Ihnen noch meine Adresse, vielleicht haben Sie ja Wenn es das Schicksal will, dann werden Sie sich beide schon wiedersehen. Einen Einwand erwartend stand ich da, als sie plötzlich schrill rief. Hilfe, ich bin beraubt worden. Sie wurde leichenblass im Gesicht und fing an zu stottern. Meine Geldbörse, jemand hat mir mein Portemonnaie gestohlen, es ist weg. Beruhigen Sie sich erst einmal, beschwichtigte sie Holmes. Wahrscheinlich ist Ihnen die Börse vorhin bei dem Zwischenfall mit dem Hund aus der Tasche gefallen. Und so begannen wir zu dritt den Fußboden abzusuchen. Wir durchforsteten auch sämtliche Ritzen der Sitzplätze, doch die Börse blieb verschwunden. Sind Sie vollkommen sicher, dass Sie sie überhaupt bei sich trugen? hackte Holmes nach. Zu 100% kam die Antwort der Dame. Ich habe mein Portemonnaie nämlich noch gesehen, als mir die Tasche runtergefallen ist. Ich steckte es zurück in meine Handtasche und stellte diese dann wieder neben mich. Dann gibt es nur eine Erklärung, sagte Holmes. Und die wäre? Die Börse kann doch nicht so einfach von alleine verschwinden, sagte die Frau. Sie sagen es, gab Holmes zurück. Deshalb kommt auch nur ein Täter oder nennen wir ihn besser Dieb in Frage. Es war die Frau und ich wie aus einem Munde. Aber als Schaffner ist man doch eine vertrauenswürdige Person, sagte ich überzeugt. Glauben Sie wirklich, Holmes, Sie verdächtigen den Richtigen? Das steht doch jetzt hier gar nicht zur Debatte, antwortete Holmes streng. Und man braucht auch kein Meisterdetektiv zu sein, um eins und eins zusammenzählen zu können. Wenn Sie die Geldbörse nicht genommen haben und ich sie auch nicht habe, kann nur der Schaffner als Täter in Frage kommen. Also los Watson, nehmen Sie Ihre Tasche. Madame, bitte kommen Sie, wir sollten schnell aussteigen und den Schaffner zur Rede stellen. Hastig setzte ich Sausages in meine Reisetasche und versuchte hinter Holmes her, diese etwas umständlich aus dem Zug zu buxieren. Wir liefen einige Schritte am Bahnsteig zurück, um den Schaffner auf keinen Fall zu verpassen, sobald er den Zug verließ. Doch zu unserem Glück war hier die Endstation des Zuges. So dauerte es auch nur wenige Minuten, bis der Schaffner den letzten Waggon verließ. Holmes nahm die Verfolgung auf und tastete ihm schnellen Schrittes nach. Als er etwa auf gleicher Höhe mit dem Dieb war, stellte er dem Mann mit seinem Gehstock gewissermaßen ein Bein. Überrascht fiel dieser sichtlich unerwartet der Länge nach hin. Camilla und ich eilten zu den beiden hinüber. Holmes half dem Mann wieder auf die Füße und entschuldigte sich gefühlte einhundert Mal, während er mit seinen Händen den Staub aus der Uniform des Mannes klopfte. Ein gekonnter Griff von Holmes in die Brusttasche des Schaffners brachte schließlich ein rosafarbenes Portemonnaie mit den Initialen CSP zutage. Holmes hielt es dem Dieb vor die Nase und fragte Ist das Ihres oder haben Sie das aus der Tasche der Lady aus unserem Abteil entwendet? Der Mann war zu perplex um Holmes Rede und Antwort zu stehen. So übergaben wir schlussendlich den Dieb der Bahnhofspolizei. Camilla drückte Holmes und mir zum Dank noch ein Küsschen auf die Wange und steckte mir zuletzt doch noch ihre Adresse in die Manteltasche. Als sie sich winkend von uns verabschiedete, stieß ich Holmes kameradschaftlich in die Rippen und sagte Ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass mein Küsschen von ihr um einiges länger gedauert hat als ihres? Ja, das habe ich wohl bemerkt, stimmte Holmes mir zu. Und nach einer Weile sagte er Ich habe aber an Camilla noch viel mehr bemerkt. Sie etwa nicht? Nun, sie war ein bisschen sehr anzüglich. Das ist eigentlich nicht so mein Stil. Ansonsten könnte ich aber nicht sagen, was mir aufgefallen wäre. Gut, sagte Holmes und ging weiter. Nein, nein, mein Lieber, sagte ich und hastete ihm nach. Sie lassen mich mit Ihrem schlichten Gut, jetzt hier nicht so einfach stehen. Sie sagen mir sofort, was Ihnen an Camilla aufgefallen ist. Holmes blieb stehen und wandte sich mir zu. Ich wette mit Ihnen, diese Camilla war früher mal ein Konstantin. Ich musste die Worte erst kurz auf mich wirken lassen und fragte dann entrüstet. Sie behaupten also Camilla ist eine Art Mogelpackung? Ja, das glaube ich, Watson. Ist Ihnen denn gar nicht der stark ausgeprägte Killkopf aufgefallen? Und hätten Sie der Dame einmal tiefer in die Augen geschaut und nicht immer nur beschämt zu Boden geguckt, wäre auch Ihnen wahrscheinlich der glatt rasierte Oberlippen Bart wuchs aufgefallen. Doch auch die Waden der Dame waren sehr verräterisch, genauso wie ihre großen Hände und die breiten Schultern. Ach, da fällt einem so viel auf, wenn man denn einmal genauer hinsieht. Sie meinen also, genauso sollten wir es bei der Suche nach unserem Grabtuch handhaben? fragte ich. Ganz genau, Watson. Dann werden wir sehen, ob es sich dabei auch um eine Mogelpackung handelt. Unsere restliche Reise verlief ruhig und ohne weitere Zwischenfälle. Dennoch waren wir beide froh, als wir endlich in Turin ankamen. Wir bezogen eine kleine Pension, die den Eheleuten Leone gehörte. Leone befand sich unweit der Kathedrale und hatte sechs schmucke kleine Zimmer zur Miete. Signora Leone war eine rundliche Frau Mitte 50 und hatte ein Organ, das Tote erwecken konnte. Doch sie strahlte eine Herzlichkeit aus, die heute nur noch selten anzutreffen ist. Signora Watson, Sie und Ihr Hühnchen werden mein größtes Zimmer beziehen. Es hat auch einen kleinen Balkon, damit dabei den Kopf meines Sausages. Ich bedankte mich überschwänglich bei ihr und dann bezogen Holmes und ich unsere Zimmer, die praktischerweise schräg gegenüber lagen. Ich stellte meine Reisetasche ab und legte mich erschöpft aufs Bett. Sausages sprang zu mir hoch und kuschelte sich unter meinen Arm. Alice hatte nicht so ganz Unrecht mit ihrer Behauptung, dass diese Reise für zwei alte Männer eigentlich zu beschwerlich ist. Mich überfiel eine gewisse Traurigkeit, als mir bewusst wurde, dass dies vermutlich meine letzte größere Reise war. Ich war tief in meine Gedanken versunken und ließ die vielen Abenteuer und Reisen, die ich mit Holmes gemacht hatte, Revue passieren, als mich ein lautes Klopfen zurück ins Hier und Jetzt beförderte. Ich erhob Holmes stand fix und fertig angekleidet vor mir. Sind Sie endlich bereit, Watson? Ich habe doch noch nicht einmal ausgepackt, stammelte ich verlegen. Doch Holmes winkte ab. Das können Sie genauso gut später noch erledigen. Los kommen Sie, wir wollen gleich in die Kathedrale und den Kardinal aufsuchen. Heute noch? fragte ich Also kommen Sie schon, nehmen Sie Ihren Hut und Mantel und lassen Sie um Himmelswillen den Köter hier. Ich brummelte leise vor mich hin, doch ich wusste natürlich selber, dass ich meinen kleinen Sausages nicht mit in die Kirche nehmen konnte. Wir gingen die kurze Strecke zu Fuß und erreichten schnell die Piazza San Giovanni. Der Dom bildete zusammen mit dem Schloss ein wirklich imposantes Bauensemble. Wir betraten die Basilika und erkannten sogleich vorne am Altar einen Mann. Holmes und ich steuerten direkt auf ihn zu und Holmes fragte Buonasera können Sie uns vielleicht weiterhelfen wo finden wir denn den ehrwürdigen Kardinal Fassati Der Mann lächelte uns an und sagte Wenn das nicht die beiden Detektive aus London sind Mr. Holmes und Dr. Watson Ich grüße Er reichte uns seine Hand und sagte weiter Ich bin Kardinal Fassati und es ist mir eine wirkliche Freude Sie beide hier in Turin zu wissen Er würden schön dass wir Sie gleich jetzt hier antreffen Wir haben Ihren Brief erhalten und sind natürlich sofort aufgebrochen sagte Holmes Hatten Sie denn eine angenehme Reise wollte der Kardinal wissen Bis auf einen nicht weiter nennenswerten Zwischenfall Ja Ihr Grabtuch fragte Holmes Der Kardinal blickte sich nervös um und nickte Dann flüsterte er Aber nicht hier wenn Sie mir bitte folgen würden Wir folgten dem Kardinal direkt hinter der Vierung einen Treppenlauf hinauf und gelangten zu der Kapelle die für gewöhnlich das Grabtuch beherbergte Die Kapelle selbst war in schwarzem Marmor gehalten Wir schritten bis zum Altar vor und Kardinal Fassati zeigte uns einen silbernen Schrein Hier bewahren wir normalerweise das Grabtuch auf Doch wie Sie selbst sehen können ist er momentan leer Fassungslos und traurig schüttelte Kardinal Fassati den Kopf Wird das Tuch denn nicht bewacht Ich meine hier kann doch jeder hereinkommen und das Tuch betrachten fragte ich Nein nein Dr. Watson die Kapelle ist immer verschlossen Nur zu ausgewählten Anlässen wird das Tuch der Bevölkerung gezeigt sagte der Kardinal Wer außer Ihnen hat denn noch einen Schlüssel zur Kapelle fragte Holmes Nur zwei meiner engsten Vertrauten Mr. Holmes Pastor Milani und Pastor Spina Doch die beiden können es unmöglich gewesen sein Zuallererst einmal weil ich es unter gar keinen Umständen glauben kann dass sie zu so etwas fähig wären Zum anderen hielt Pastor Milani mit mir zusammen die heilige Messe ab als es passiert sein musste und Pastor Spina lag zur selben Zeit mit einer Grippe im Bett Wo können wir die beiden Pastoren denn finden wir würden uns gerne mit ihnen unterhalten sagte Holmes Dann kommen sie doch morgen früh gegen 10 Uhr wieder hierher Dann werden beide hier sein Holmes wandte sich vom Kardinal ab und begann penibel die Türe und das Schloss auf etwaige Aufbruchsspuren zu untersuchen Dann nahm er den silbernen Schrein noch einmal besonders in Augenschein Wie lange ist das Tuch denn inzwischen schon verschwunden? fragte er Heute genau vor 10 Tagen seufzte der Kardinal Es ist eine Katastrophe In drei Tagen ist Ostersonntag Spätestens dann muss das Tuch wieder an Ort und Stelle sein Die Bevölkerung erwartet zu Ostern dass das Tuch gezeigt wird Holmes nickte Entschuldigen Sie meine Frage ehrwürdiger Kardinal sagte ich Aber weshalb informieren Sie die Öffentlichkeit nicht einfach über den Diebstahl Der Kardinal riss die Augen weit auf Das ist unmöglich brachte er mühsam hervor Das Tuch stellt für meine Gemeinde die direkte Verbindung zu Jesus Christus da Sie verehren und lieben es Gleichzeitig ranken sich wie sie sicherlich schon gehört haben um das Tuch einige Mythen die der heiligen Mutter Kirche schaden wollen Das Tuch muss deshalb unbedingt so schnell wie möglich wieder an seinen Platz zurück Wir werden unser Möglichstes tun Kardinal sagte Holmes und fügte hinzu Wir sehen uns dann morgen um 10 Uhr Lassen Sie uns noch einen Happen essen gehen Watson sagte Holmes Senora Leone hat mir von einem guten Gasthaus berichtet dass ich unweit von unserer Pension befinden soll Mein unterdrücktes Hungergefühl meldete sich fast augenblicklich zu Wort und so willigte ich natürlich gerne ein Das Gasthaus entpuppte sich als ein kleines gemütliches Restaurant Wir bestellten uns beide ein Glas Rotwein bevor wir uns durch die Speisekarte schmökerten Sie müssen unbedingt die Pasta probieren Watson Die hat mir Senora Leone ausdrücklich empfohlen sagte Holmes Ich folgte Holmes Empfehlung Wir legten die Karten beiseite und bestellten gleich darauf bei der Kellnerin Was ist Ihr erster Eindruck zu diesem Fall fragte ich Holmes dann gespannt Viel kann ich dazu noch nicht sagen Ich bin morgen sehr auf die Befragung der beiden Pastoren gespannt Ich hoffe das bringt uns einen Schritt weiter sagte er Sie glauben also einer der Pastoren ist für das verschwinden des Grabtuches verantwortlich resümierte ich Ich denke ja einer von den beiden muss es gewesen sein obwohl Kardinal Fassati jedem von ihnen ein Alibi gibt Doch an der Türe und am Schloss selbst konnte ich beim besten Willen keine Einbruchsspuren feststellen Die Kapelle hat keine Fenster und auch sonst konnte ich keinen weiteren Eingang ausfindig machen Bleiben also nur die beiden Pastoren übrig Die Kellnerin brachte uns das Essen an den Tisch der in einer gemütlichen Nische des Lokals stand und von dem wir einen guten Überblick über die anderen Gäste Bissen und ich muss sagen es schmeckte einfach nur sehr sehr gut Unser Gespräch versiegte denn wir beide waren viel zu sehr mit unserer Pasta beschäftigt dennoch fiel mein Blick plötzlich auf die Eingangstüre denn dort erschien eine hinreißend schöne junge Frau ich machte Holmes auf den Eingang aufmerksam und für einen kurzen Moment vergaß auch er fast zu kauen ein äußerst bezauberndes Mädchen da gebe ich ihnen vollkommen recht Watson allerdings hätte ich gedacht dass sie nach ihrem Erlebnis im Zug einst weilen vom weiblichen Geschlecht die Nase voll hätten konstantierte Holmes und zeigte dabei ein verschmilztes Lächeln naja das hätte ich eigentlich auch gehabt gab ich schnippig zur Antwort doch war die Dame im Zug ja nicht weiblichen Geschlechts laut ihrer geschätzten Erläuterung ein Punkt für sie Watson sagte Holmes und widmete sich wieder seinem Essen ich hingegen konnte die unbekannte Schöne einfach nicht aus den Augen lassen nicht dass sich da irgendwelche romantischen Gefühle in mir breitmachten schließlich hätte das junge Ding meine Enkelin sein können nein es war einfach ihre absolute Schönheit die mich in ihren Bann zog sie nahm alleine an einem Tisch Platz und es dauerte nicht lange bis ein paar Junggesellen der Reihe nach ihr Glück versuchten allesamt allerdings erfolglos was wollte die junge Frau hier wohl und so ganz alleine vielleicht wartete sie aber einfach nur auf jemanden doch sie wirkte auf mich sehr traurig ich beobachtete sie noch eine ganze Weile doch es tauchte keine mögliche Bekanntschaft von ihr auf wollen wir aufbrechen das heißt wenn sie sich jetzt schon von ihrem Ausblick losreißen können fragte Holmes süffisant ich kramte in meiner Tasche legte ein paar Geldscheine auf den Tisch und stand auf auf was warten sie fragte ich leicht gereizt mein Freund sparte sich eine Antwort stand auf und folgte mir hinaus während wir schweigend die wenigen Meter zu unserer Pension zurück gingen dachte ich bei mir dass ich mit Sausages noch eine Runde Gassi würde gehen müssen als wir zurück in der Pension waren wünschten wir uns gegenseitig noch eine gute Nacht und Holmes verschwand in seinem Zimmer ich hingegen wurde überschwänglich in meinem von Sausages begrüßt ich nahm mein Hündchen auf den späte Abend war angenehm kühl und ich genoss die Stille und die Ruhe Sausages hingegen war schwer beschäftigt er schnupperte hier und dort und hinterließ seine Markierung beinahe überall ich schlenderte mit ihm die Straße entlang und es war nicht ganz klar wer hier eigentlich mit wem Gassi ging denn Sausages zog und zerrte so sehr an der Leine dass es gar nicht leicht war sich nicht mit ziehen zu lassen kurzum mein Hund bestimmte wie immer die Richtung so gelangten wir nach einiger Zeit zu so etwas wie einem kleinen Park ein paar Büsche und Sträucher vereinzelte Bäume Bänke und eine überschaubare Grünfläche auf der mittig an einem langen Tisch mehrere Personen saßen lachten und aßen Sausages zog es direkt zu der Gruppe ihm war wohl der Essensduft in die Nase gestiegen dieser kleine verfressene Racker ich schmunzelte und beschloss meinem Hündchen nachzugeben und mit ihm hinüber zu der Gruppe zu spazieren dabei fiel mir auf dass es sich bei den Personen ausschließlich um Männer handelte ihr äußeres ließ auf eine Gruppe von Bettlern schließen doch weshalb hatten sie sich an dieser Tafel hier versammelt ich stellte fest dass es 13 an der Zahl waren und mich beschlich plötzlich ein ganz eigenartiges Gefühl es war keine Angst die ich verspürte konnte es aber auch nicht genau anders benennen ich trat näher und grüßte freundlich auf italienisch Buonasera die die waren sehr freundlich sie fragten ob ich hunger hätte und luden mich sogar ein mich zu ihnen zu setzen ich aber lehnte dankend ab und sagte in meinem holprigen italienisch dass ich eben bereits gegessen hätte jetzt fiel mir auf dass der vollbärtige Mann in der Mitte so etwas ähnliches wie einen Umhang trug Zum Glück wollte sich Sausages anscheinend von jedem Einzelnen seine Streicheleinheiten abholen was die feiernden Männer ihm auch gerne lachend erfüllten und so konnte ich den Umhang des Mannes genauer in Augenschein nehmen und dabei wäre mir beinahe das Herz stehen geblieben denn es handelte sich bei dem Umhang um ein sehr großes langes Leinentuch und darauf zeichnete sich der Abdruck eines Menschen ab das konnte doch unmöglich das gesuchte Grabtuch sein doch nach Holmes Erläuterungen über das berühmte Tuch war ich mir fast sicher ich musste unbedingt so schnell wie möglich Holmes darüber informieren aufgeregt fragte ich einen der Männer wie lange sie denn noch hier wären der Mann lachte und meinte so schnell würden sie diese einzigartige Gelegenheit sicher nicht beenden also eilte ich so schnell mich meine alten Beine trugen zu Holmes in die Pension zurück ich klopfte laut an seine Türe als er mir kurze Zeit später darauf die Türe öffnete war ich immer noch völlig außer Atem überrascht sah er mich an um Himmels Willen Watson welchen Marathon sind sie denn gelaufen nach Luft ringend sagte ich kommen sie schnell Holmes ich glaube ich habe das Grabtuch gefunden Holmes der hatte fackelte auch nicht lange nahm Hund und Mantel und eilte mit mir zur Pension hinaus auf dem Weg zu der kleinen Gruppe Männer im Park setzte ich Holmes über die Geschehnisse in Kenntnis und tatsächlich wir fanden die Feiernden noch genauso vor wie ich sie noch vor wenigen Minuten verlassen hatte ich hatte schon befürchtet dass sie schon weg wären sie sind ja wieder da begrüßte nämlich einer der Männer und sie haben sogar noch jemanden mitgebracht wunderbar je mehr desto besser wie sind sie denn zu diesem berauschenden fest gekommen fragte Holmes in die Runde einer der Männer reagierte misstrauisch sind sie etwa von der Polizei fragte er bissig aber nein doch ich schreibe gelegentlich für eine Zeitung und dachte mir gerade so es wäre vielleicht ganz nett sich auf diesem Wege bei dem edlen Spender zu bedanken der Mann schien davon begeistert die Frau sagte zwar sie braucht keinen Dank unsere Freude darüber sei ihr Dank genug aber ich finde das ist eine wirklich gute Idee die Frau fragte Holmes ungläubig ja ganz genau am Abend sprach uns der Reihe nach eine Frau an sie würde uns gerne eine Freude bereiten sagte sie und hätte deshalb im Park etwas vorbereitet wir müssten 13 an der Zahl sein und John der Mann mit dem Bart dort müsse diesen komischen Umhang tragen sonst verlangte sie nichts also taten wir ihr diesen gefallen er zuckte mit den Schultern und wie sah die Frau aus ich meine damit ich sie in meinem Artikel besser beschreiben kann stellte Holmes klar das ist schwer zu sagen ihr halbes Gesicht war von einem Tuch bedeckt außerdem hatte sie Ich glaube sie war noch recht jung hatte eine ganz gute Figur so Ende 20 vielleicht beendete der Mann seine Angaben Darf ich mir diesen Umhang einmal genauer ansehen fragte Holmes und hatte somit auch schon das Tuch Ende in seinen Händen Er fühlte den Stoff zwischen seinen Fingern doch nun fiel sein Blick auf den Tisch Watson kommen Sie doch einmal her sagte Holmes und zeigte auf das Tischtuch Ich glaubte für einen Moment lang meinen Augen nicht trauen zu können War das Tischtuch doch dasselbe Tuch das der Mann als Umhang trug und ich als das verschwundene Grabtuch identifiziert hatte Holmes schien gleichermaßen verblüfft darüber zu sein Meine Herren ich würde Ihnen den Umhang und das Tischtuch gerne abkaufen wenn Sie damit einverstanden wären sagte Holmes schließlich Was wollen sie denn damit meldete sich der Mann mit dem Holmes eben zuvor noch gesprochen hatte zu Wort Vielleicht meldet sich die Dame ja bei mir über die Zeitung für die ich schreibe wenn sie weiß dass ich ihren Umhang und das Tischtuch habe Ich würde sie wirklich gerne ausfindig machen und mich in ihrem Namen noch einmal ordentlich bedanken Vielleicht gibt das dann auch noch einen spannenden Folgeartikel Mein Chef wäre sicher sehr zufrieden mit mir log Holmes was das Zeug hielt Die Männer schienen einverstanden und Holmes reichte allen 13 ein paar Münzen Sorgfältig legten wir anschließend beide Tücher zusammen und verabschiedeten uns von der Gruppe Jetzt verstehe ich gar nichts mehr sagte ich immer noch schockiert Sie etwa Wenn mich nicht alles täuscht sollte dieses kleine Dinner unter freiem Himmel das letzte Abendmahl darstellen Heute haben wir Donnerstag der Abend davor an dem Jesus gekreuzigt worden ist erläuterte Holmes Und der Bärtige in der Mitte mit dem Umhang sollte Jesus darstellen und rundherum seine zwölf Apostel spottete ich ungläubig Ganz genau so ist es schloss Holmes Aber weshalb Warum betreibt jemand so einen Aufwand und hinterlässt zwei Grabtücher Welches davon ist eigentlich das echte Ohne die jeweiligen Tücher genau inspiziert zu haben stelle ich die These auf dass keines von den beiden echt ist Zumal sich auch die Frage stellt ob es denn im ursprünglichen Sinne überhaupt ein echtes Tuch gibt konstantierte Holmes Die Angelegenheit wurde mir nun doch zu verworren Fest steht auf alle Fälle dass derjenige der das Grabtuch aus dem silbernen Schrein entwendet hat auch derselbe ist der dieses Spektakel hier veranstaltet hat ich nickte zustimmend und wir gingen eine Weile still neben einer daher ich bin unglaublich gespannt was die Befragung der beiden Pastoren morgen ergibt und was der Kardinal zu den beiden Grabtüchern sagt ich wusste ganz genau dass Holmes den Teil mit den doppelten Grabtüchern schon jetzt äußerst amüsant fand nachdem ich mit Sausages unsere morgendliche Gassirunde beendet hatte fanden Holmes und ich uns wie vereinbart pünktlich in der Kathedrale ein der ehrwürdige Kardinal Fassati erwartete uns bereits mit zwei weiteren Männern an seiner Seite es war natürlich anzunehmen dass es sich um die zwei Pastoren und engen Vertrauten des Kardinals handeln musste Pünktlichkeit ist eine Tugend begrüsste uns der Kardinal freudig darf ich sie bekannt machen zu meiner rechten Pastor Spina und zu meiner linken Pastor Milani mit welchen von den beiden Herren wollen sie beginnen Pastor Spina war ein älterer Mann zwischen 60 und 70 klein und rundlich in seiner Gestalt und wirkte auf mich äußerst grimmig göttliche Wärme strahlte er auf mich jedenfalls keine aus Pastor Milani dagegen war ein junger schlagsiger Mann Anfang 30 und hatte eine sympathische Ausstrahlung vermutlich ein Mann mit dem man Pferde stehlen könnte würde das siebte Gebot dies nicht strikt verbieten Pastor Spina erzählte 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 sie waren zum Zeitpunkt des Diebstahles krank und bettlägerig das ist richtig antwortete der Pastor mich hatte wohl eine üble Grippe erwischt ich hatte an dem Tag sehr hohes Fieber und wurde von der Köchin umsorgt und gepflegt das heißt die Köchin kann das bestätigen hakte Holmes nach der Pastor nickte sie besitzen neben dem Kardinal und Pastor Milani auch einen Schlüssel für diese Kapelle haben sie diesen vielleicht zum betreffenden Zeitpunkt oder vielleicht auch schon einmal früher verliehen fragte Holmes weiter niemals wo denken sie hin sagte der Pastor entrüstet und schien dabei beinahe beleidigt der Kardinal hat mir den Schlüssel anvertraut und ich trage ihn stets mit einer Kette um den Hals es ist somit unmöglich dass mein Schlüssel in andere Hände käme sie nehmen ihn auch zum schlafen nicht ab nee war die eindeutige Antwort von Pastor Spina haben sie eine Idee wer mit dem verschwinden des Tuches etwas zu tun haben könnte wollte Holmes wissen nein beim besten Willen nicht mir ist niemand bekannt der nach dem Tuches trachten könnte sicher dann und wann hört man immer wieder vereinzelte Stimmen die die Echtheit des Tuches anzweifeln doch konkrete Namen kann ich ihnen leider nicht nennen zudem wüsste ich auch gar nicht wie diese Leute in die Kapelle kommen sollten diese ganzen Behauptungen jedenfalls sind völliger Humbug das Tuch ist mit absoluter Sicherheit das Totentuch unseres Herrn Jesus von Nazareth dabei machte der gläubige Mann ein Kreuz Zeichen und wartete auf weitere Fragen von Holmes danke Pastor Spina dass sie sich die Zeit genommen haben das wäre auch schon alles wären sie so gut und würden Pastor Milani bitten sich zu uns zu begeben Pastor Spina nickte und sagte Gott segne sie meine Herren dann verließ er die Kapelle kurze Zeit später fand sich der jüngere Pastor bei uns ein und Holmes verplemperte wie immer keine wertvolle Zeit Pastor Milani sie hielten zusammen mit Kardinalfassati die Heilige Messe ab während das Tuch verschwand ist das richtig wann das Tuch genau verschwand kann ich ihnen nicht sagen weil ich es selbst nicht mit Sicherheit weiß jedoch hielt ich mit Kardinalfassati eine Messe ab und danach entdeckte er das fehlende Tuch ja das ist richtig sie glauben also dass das Tuch bereits eine gewisse Zeit vor der Entdeckung entwendet hätte werden können theoretisch ja der ehrwürdige Kardinal betritt täglich am frühen Morgen die Kapelle da war es anscheinend ja noch da und als er abends nach der Messe zurückkam war es verschwunden wie er sagte wann waren sie denn das letzte Mal in der Kapelle wollte Holmes wissen lassen sie mich überlegen das ist schon eine ganze Weile her ich glaube so vor zwei oder drei Wochen vielleicht es war auf jeden Fall früh morgens zusammen mit dem Kardinal sie besitzen neben dem Kardinal und Pastor Spina ebenfalls einen Schlüssel für diese Kapelle haben sie diesen vielleicht zum betreffenden Zeitpunkt oder vielleicht auch schon einmal früher verliehen fragte Holmes nun auch Pastor Milani nein nie kam die prompte Antwort und wo bewahren sie ihren Schlüssel auf hakte Holmes nach der Schlüssel liegt bei mir zu Hause in einem Versteck ich gebrauche ihn nie deshalb wüsste ich auch nicht weshalb ich ihn mit führen sollte gibt es sonst noch etwas was sie uns über das verschwinden des Tours mitteilen möchten irgendetwas auffälliges oder haben sie etwas gehört wird vielleicht getratscht fragte Holmes Pastor Milani lachte lieber Mr. Holmes ich bin Pastor wie sollte ich da Tratschereien mitbekommen das Gasthaus und der Stammtisch ist mir untersagt nein ich wüsste nichts dergleichen schloss der Pastor während sich immer noch ein Lächeln auf seinen Lippen abzeichnete und ihm ein freundliches attraktives Aussehen verlieh Nun gut dann sind wir hier wohl fertig Ach eines noch wissen sie vielleicht wo wir den Kardinal jetzt finden können fragte Holmes er ist sicher noch im Dom im Gebet bitte kommen sie ich begleite sie zu ihm Als uns der Kardinal kommen hörte beendete er sein Gebet mit einem Kreuzzeichen und wandte sich uns zu Haben ihnen Spina oder Milani weiterhelfen können Holmes seufzte Um ehrlich zu sein hat uns die Aussage der beiden nicht wirklich vorankommen lassen Allerdings wohnten Dr. Watson und ich gestern spät abends noch einem Zwischenfall bei der sie ebenfalls interessieren dürfte Holmes setzte den Kardinal über die gestrigen Geschehnisse im Park in Kenntnis und zauberte am Ende seiner Erzählung die zwei Grabtücher aus seiner Tasche Entgeistert und kreidebleich starrte der Kardinal auf die zwei ihm dargebotenen Tücher Als er sich ein wenig gefangen hatte entfaltete er eins nach dem anderen und betrachtete sie akribisch Die sehen sich ja zum Verwechseln ähnlich aus stellte er beklommen fest Das ist mir auch aufgefallen sagte Holmes Doch sehen sie auch echt aus Ich kann das nicht beurteilen Ich hatte das Original nie in meinen Händen noch hab ich es je gesehen Kardinal Fassati nickte langsam und sagte beklommen Ja das tun sie Dann schlug er sich die Hände vors Gesicht und schluchzte Das ist eine Katastrophe Holmes legte ihm die Hand auf die Schulter und sagte Na na wir werden dem Ganzen schon auf den Grund gehen Nach einer Ehre erweisen und heute Nachmittag um drei Uhr die Heilige Messe besuchen Es ist Karfreitag und wir gedenken heute dem Leiden und Sterben Jesu Christi am Kreuz Wieder willig sagte Holmes zu und ich fragte den Kardinal Werden sie die Messe persönlich abhalten Natürlich Dr. Watson zusammen mit Pastor Spina und Pastor Milani Holmes und ich verabschiedeten uns von Kardinal Fassati und beschlossen in unsere Pension zurückzukehren Holmes sagte er müsse erst einmal in Ruhe nachdenken während ich die freie Zeit bis um drei Uhr lieber mit meinem Hündchen verbrachte Als wir kurz vor drei Holmes hatte es nicht besonders eilig dieses Mal pünktlich zu erscheinen zurück zum Domschlenderten fragte ich meinen Freund Nun was denken sie über die Befragung der Pastoren von heute Vormittag Kam Ihnen einer von den beiden verdächtig vor Nicht im geringsten das ist es ja Pastor Spina mag ein alter Grießkram sein aber ich denke er ist ein ehrlicher gottesfürchtiger Mann und Pastor Milane ist zwar jung erscheint mir aber äußerst sympathisch und vertrauensvoll sonst hätte er auch sicherlich nicht diesen besonderen Stand bei Kardinal Fassati Ich weiß es wirklich nicht Watson Als wir kurz nach drei endlich den Dom erreichten waren schon alle Plätze restlos belegt Also zogen Holmes und ich uns in die letzte Stehreihe zurück Doch wie wir feststellen mussten hatte die heilige Messe noch gar nicht begonnen Pastor Pastor Spina fehlt Flüsterte Holmes mir leise zu Stimmt Erst jetzt fiel auch mir auf dass der Kardinal zusammen mit Pastor Milani alleine vorne am Altar stand Unruhig blickten sich die zwei um als Kardinal Fassati augenscheinlich beschloss nicht länger auf den abwesenden Spina zu warten und so begann er die Messe schließlich alleine Die Messe selbst verlief unspektakulär und Holmes unverhohlenes gähnen steckte mich schließlich auch an Pastor Spina war nicht mehr gekommen und endlich vernahmen wir das erlösende Gehet hin in Frieden Holmes und ich warteten anschliessen bis alle Gläubigen die Kirche verlassen hatten Kardinal Fassati erblickte uns und eilte auf uns zu Schön dass sie meiner Einladung gefolgt sind doch wie ihnen sicher nicht entgangen sein dürfte ist Pastor Spina nicht erschienen ich mache mir wirklich große Sorgen ich kenne den Mann nun schon seit Jahrzehnten doch das hat es noch kein einziges Mal gegeben Holmes überlegte kurz dann sagte er würden Sie mich bitte zur Kapelle hinauf begleiten vielleicht finden wir dort eine Spur die das Verschwinden des Pastors erklären könnte zu viert Kardinal Fassati allen voraus eilten wir daraufhin zur Kapelle doch seine Hände zitterten vor Erregung daraufhin nahm Pastor Milani ihm den Schlüssel aus der Hand und öffnete die Türe zum Inneren der Kapelle selber doch keiner von uns wagte die Kapelle zu betreten denn am schwarzen Marmorboden lagen zwei nachlässig zum Kreuz zusammengebundene Holzpflöcke und darauf lag ein entkleideter Mann seine entblößte Scham verdeckte ein weiteres Grabtuch wir hatten Pastor Spina gefunden als wir alle den ersten Schock überwunden hatten betrat Holmes als erster die Kapelle und kniete sich zu dem gekreuzigten Pastor Spina hinab ich folgte ihm nur zögernd Pastor Spina war nackt seine Scham bedeckte ein weiteres Grabtuch das mit größter Wahrscheinlichkeit auch wieder ein Plagiat war dem Pastor waren Hände und Beine ans Kreuz gefesselt worden seine Hände waren aber Gott sei Dank nicht mit Nägeln durchbohrt wurden auch fehlte dem Toten eine Dornenkrone tot war Pastor Spina dennoch aus seiner Seite ragte auch keine Speerspitze sondern lediglich ein handelsübliches Küchenmesser und auf seiner nackten Brust waren vier Buchstaben aus Blut gemalt Reus was in Latein schuldig bedeutete die Todesursache war der Stich mit dem Messer richtig Watson fragte mich Holmes jawohl antwortete ich und schluckte dabei geräuschvoll ich kann ansonsten keine anderen Verletzungen feststellen allerdings dürfte es je nachdem welche Organe getroffen worden sind noch einige Minuten gedauert haben bis der Tod eingetreten ist Doktor ziehen sie doch bitte einmal ihr Jackett aus sagte Holmes plötzlich ich wusste nicht warum tat aber wie mir geheißen und reichte es Holmes mit einem Ruck zog er dem Toten das Grabtuch vom Schoß und bedeckte daraufhin den Intimbereich mit meinem starrte hier Kardinal nehmen sie das Tuch sie müssen die Polizei verständigen wahrscheinlich wollen sie nicht dass die Polizei das Tuch findet aber Holmes sie entfernen gerade wichtige Beweismittel von einem Tatort protestierte ich was tut man nicht alles für die heilige Mutter Kirche war Holmes lapidare Antwort dann wandte Holmes sich an Pastor Milani der neben dem Kardinal hockte und ebenfalls in Schockstarre dessen Hand hielt gehen sie und informieren sie die Polizei über den Mord wir kümmern uns in der Zwischenzeit um Kardinal Fassati wortlos erhob sich der junge Pastor mit wackeligen Beinen und verließ die Kapelle dann halfen Holmes und ich Kardinal Fassati wieder in die Höhe und stützten ihn zu beiden Seiten ab bringen sie mich bitte zurück in meine Kirche ich will beten sagte er mit monotoner Stimme so brachten wir den Kardinal zurück und setzten ihn in die erste Bank der Kardinal fiel sofort dort auf die Knie faltete seine Hände senkte den Kopf und versank anschließend im Gebet Homes und ich blieben noch eine Weile und beobachteten den Kardinal nicht dass er uns noch aus der Gebetsbank kippte doch schließlich sagte Holmes kommen sie Watson wir gehen ich möchte jetzt nicht auf die Polizei treffen und deren rudimentäre Fragen beantworten müssen ich legte keinen Einspruch ein ich wusste Holmes zu widersprechen war so viel versprechend wie gegen den Wind Wasser zu lassen schweigend gingen wir zu unserer Pension zurück dort angekommen murmelte Holmes so etwas wie er brauche Zeit um in Ruhe nachzudenken und verschwand daraufhin in sein Zimmer ich dagegen schnappte mir mein Hündchen das mich schwanzwedelnd begrüßte und ging an die frische Luft um den Kopf frei zu bekommen als ich nach ca. einer Stunde in die Pension zurückkehrte begegnete mir eine aufgeregte Signora Leone ihre Augen waren gerötet und man konnte ihr ansehen dass sie geweint haben musste es ist so schrecklich schluchzte sie der gute Pastor Spina ist tot wer macht denn so etwas sie zog ein Taschentuch aus ihrer Schürze und schnäuze sich geräuschvoll die Nase dann knüllte sie das Taschentuch zusammen und ließ es in ihre Schürze verschwinden haben sie etwas mitbekommen Doktor man erzählt sich der Pastor wäre ans Kreuz genagelt worden stimmt das ich tätschelte ihren kräftigen Arm und sagte beruhigend nein das stimmt nicht er wurde nicht ans Kreuz genagelt über die genaueren Umstände ließ ich sie jedoch im Dunkeln sie begann wieder zu weinen und wimmerte so entsetzlich wie konnte Gott nur so etwas Abscheuliches zulassen ich erinnerte mich plötzlich an die vier Buchstaben die auf der Brust des Pastors geschrieben standen Reuss schuldig vielleicht war unser Gott doch in vielerlei Hinsicht gerechter als ich bisher angenommen hatte mühsam stieg ich die Treppe in den ersten Stock hoch mein Knie schmerzte entsetzlich obwohl ich in den letzten Tagen sehr viel zu Fuß mit Sausages unterwegs war übertraf diese Rennerei die wir hier in Turin an den Tag legten meine üblichen Gewohnheiten doch bei weitem doch kaum hatte ich meine Zimmertüre hinter mir geschlossen klopfte es auch schon wieder ich trat einen Schritt zurück und öffnete es war Holmes bitte gehen Sie noch einmal zu Kardinal Fassati zurück Watson und erfragen von ihm die Wohnadresse von Pastor Milani bitten Sie ihn auch hierbei um seine ausdrückliche Ihnen das nicht früher einfallen können Holmes ich danke Ihnen Watson und ach Watson bitte beeilen Sie sich und geben Sie mir sofort Bescheid wenn Sie wieder zurück sind und schon war Holmes wieder verschwunden als ich nach gut einer Stunde zurückkehrte lief Holmes schon ungeduldig den Gang auf und ab da sind sie ja endlich wo bleiben sie denn so lange Watson haben sie unterwegs etwa noch einen Strauß Blumen gepflückt ich biss mir auf die Zunge und schluckte meinen Kommentar der mir auf den Lippen lag hinunter stattdessen reichte ich ihm einen Zettel auf dem ich feinsäuberlich die Adresse von Pastor Milani notiert hatte wie ging es dem Kardinal erkundigte sich Holmes naja den Umständen entsprechend ich wollte mich gerade verdientermassen auf mein Zimmer zurückziehen mich in mein Bett legen und meinen geschundenen Gliedern Zeit zum Erholen geben da halte auch schon wieder Holmes Stimme in meinen Ohren kommen sie Watson wo bleiben sie denn nun schon wieder können sie das ja nicht ohne mich erledigen stöhnte ich ohne sie glauben sie etwa ich habe sie nur zum Sightseeing mitgenommen also reißen sie sich bitte zusammen Watson warum war ich bloß mitgekommen jetzt war ich doch schon so alt geworden doch leider immer noch keinen Deut klüger so blickte ich also nur wehmütig zu meinem Zimmer zurück und folgte Holmes nach draußen wo gehen wir überhaupt hin fragte ich Holmes nach einer Weile natürlich zu der Adresse die sie so überaus zügig für uns besorgt haben können wir uns nicht ein Taxi nehmen oder eine Kutsche ein Fahrrad einen Rollstuhl oder was Meter mehr weiter klagte ich ja man sieh doch nicht immer so herum Watson wir sind doch schon fast da und tatsächlich gefühlte 100 Kilometer später erreichten wir endlich unser Ziel aber dachte ich zuerst noch mein Leiden würde nun ein Ende haben so wurde ich wieder einmal eines Besseren belehrt denn Holmes zwang mich hinter ein stechendes Gestrüpp wir nehmen hier Position ein sagt er Position Wofür fragte ich in meiner unglaublichen Naivität für die Nacht natürlich antwortete Holmes ohne Umschweife mir schwante Böses aber mir ist jetzt schon kalt hätte ich noch mein Jackett an das sie zweck entfremdet haben wäre mir sicher wärmer fauchte ich ihn böse an sie jammern ja schon wieder Watson fällt ihnen das eigentlich gar nicht mehr auf ihr Jackett hat einen guten Dienst getan irgendwann werden sie dafür im Himmel sicher belohnt werden sparen sie sich ihre ironie Holmes daraufhin herrschte eine weile eisiges schweigen zwischen uns was was eigentlich ihre these zu den geschriebenen buchstaben reuss auf pastor spinas brust fragte ich die stille durchbrechend nun ja da wird wohl jemand der ansicht sein dass der pastor es verdient hat so zu sterben antwortete holmes trocken sollten wir nicht lieber im direkten umfeld spinas ermitteln in anbetracht dessen dass der Täter auch der Dieb des Grabtuches sein oder Pastor Milani in Frage kommen können denke ich dass wir hier gold richtig sind wieder schwiegen wir für eine weile doch auf einmal schien sich etwas zu tun wir konnten in der Dunkelheit eine Gestalt ausfindig machen die direkt auf das riesige Anwesen zuging wer ist das flüsterte ich holmes zu dem gang bild nach muss das Pastor Milani sein die Gestalt die wir beide eindeutig als Mann identifizierten blieb für einen Moment vor der Laterne des Tores stehen holmes hatte recht es war Pastor Milani er blickte sich in sämtliche Richtungen um und es schien beinahe so als würde er noch auf jemanden warten doch nach kurzer Zeit schien sich der Pastor dazu entschlossen zu haben nicht länger vor dem Tor zu verweilen denn er öffnete es und verschwand dahinter wo sind wir hier eigentlich flüsterte ich Holmes erneut zu das ist das Elternhaus von Pastor Milani während sie die Adresse besorgt haben habe ich einige Erkundigungen über den Pastor eingeholt seine Familie ist eine steinalte sehr religiöse und unverschämt reiche Adelsfamilie die Mutter ist schon lange tot und der Vater liegt auch schon seit einiger Zeit siechend da nieder er wartet wohl ebenfalls auf den erlösenden Tod plötzlich tauchte eine weitere Gestalt im Schein des Lichtes auf Holmes sehen sie da kommt noch jemand ich duckte mich noch ein wenig tiefer hinter die Büsche um ja nicht entdeckt zu werden die Person war eine junge Frau sie wirkte geheimnisvoll und blickte sich nervös um dann öffnete sie das Tor nur einen winzig kleinen Spalt gerade so weit dass sie ungehindert hindurch schlüpfen konnte sehr interessant murmelte Holmes dann können wir jetzt endlich gehen fragte ich erwartungsvoll wo denken sie hin Watson wir müssen natürlich wissen wann die Dame das Haus wieder verlässt oh ja unbedingt das vergaß ich ja völlig gab ich bissig zurück damit herrschte wieder eine Zeitlang Funkstille zwischen uns weshalb wurde der Pastor wohl ans Kreuz gefesselt ich meine er wurde ja nicht daran genagelt also hätte man sich doch den ganzen Aufwand mit dem Kreuz sparen können oder sehen sie hier eine Verbindung die man dadurch mit Jesus Christus aufzeigen wollte Holmes na Watson dieser Gedanke wäre ja die pure Blasphemie nein ich glaube jemand wollte sich ganz banal an Pastors Bien rächen ob der sei bislang einmal dahingestellt vielleicht war die Gelegenheit auch einfach nur günstig und um dem ganzen die nötige Aufmerksamkeit zu verschaffen wurde bewusst sehr theatralisch der Karfreitag und das Kreuz benutzt denn um Pastors Biener mit einem Messer zu ermorden hätte es das alles nicht gebraucht vielleicht wollte uns der Mörder mit dieser Inszenierung aber auch etwas mitteilen auf das wir bislang noch nicht aufmerksam geworden sind Pastors Biener war in den Augen des Täters auf jeden Fall schuldig und durch diese Tat sollte es auch die ganze Welt erfahren hier machte Holmes eine kurze Pause Das richtige Kreuzigen übrigens war in der Antike eine gängige Hinrichtungsmethode die äußerst schmerzhaft und sehr blutig war Der Todeskampf dauerte dabei ziemlich lange Bekanntestes Beispiel neben Jesus Christus natürlich war sicherlich Spartacus und seine 6000 Sklaven Anhänger Sie wurden allesamt auf der Via Appia hingerichtet Jesus dagegen war in den Augen des Präfekten Pilatus ein Staatsverbrecher Er hatte die Herrschaft über die Juden angestrebt und somit das Recht des römischen Kaisers angegriffen Mit der demonstrativen Hinrichtung Jesu wollte man die Messias Erwartung der Juden treffen und zugleich sämtliche Aufständige abschrecken Jesus wurde dabei zuerst mit 40 Peitschen hieben an deren Ende kleine Knochen und Eisen Fragmente befestigt waren gegeißelt Anschließend wurde er an einen Querbalken gefesselt zu Golgatha getrieben und an einen T-Balken genagelt Ihm wurden dabei die Nägel zwischen die kleinen Knochen der Handgelenke getrieben um ein Ausreißen der Handflächen zwischen den Fingern zu vermeiden Die überkreuzten Beine dagegen konnten mit nur einem Nagel durch den Spann befestigt werden Der Tod am Kreuz trat dabei üblicherweise durch Ersticken oder durch einen Kreislauf Kollaps ein Durch Brechen der Unterschenkel konnte der Tod auch schneller herbeigeführt werden Bei Jesus Christus unterließ man diese Methode aber Und schließlich verstarb dann Jesus nach dreistündigem Todeskampf am Kreuz Ich gestehe, dass ich mir durch Holmes Darstellung Jesus Kreuzigung zum ersten Mal so richtig durch den Kopf gehen ließ Weitere Stunden verstrichen daraufhin Der Morgen begann langsam zu dämmern und alle paar Minuten sackte mir aus lauter erschöpfender Kopf auf die Brust und die Augen fielen mir zu Plötzlich versetzte mir Holmes einen Hieb in die Seite Erschrocken blickte ich auf Und tatsächlich drüben am Tor tat sich etwas Die junge Frau schlüpfte wieder durch den schmalen Spalt zurück auf die Straße Sie blickte sich vorsichtig nach allen Seiten um und zog sich dann die Kapuze tief ins Gesicht Daraufhin verschwand sie hastig die Straße entlang Sollen Sollen wir die Verfolgen aufnehmen fragte ich schlaftrunken Ja das sollten wir Doch ich muss zu meinem eigenen Bedauern gestehen dass ich dafür einfach zu müde bin Und meine alten Knochen sind es leider auch Ein Gefühl der Erleichterung durchströmte mich angesichts Holmes Worten Dennoch konnte ich es mir nicht verkneifen ihm zu sagen Und schon sind sie wieder am jammern alter Freund Gegen Mittag riss mich ein lautes Klopfen aus meinen Träumen Das ist noch viel zu früh Holmes schrie ich dem Klopfen entgegen Kommen Sie Watson raus aus den Federn schallte es mir vor der Türe entgegen Ich atmete noch einmal tief durch und streckte mich ausgiebig bevor ich mich aus der wohlig wärmenden Decke schälte und meine mit Alters Flecken übersäten faltigen Beine aus dem Bett hiefte Watson wo bleiben sie denn hörte ich Holmes erneut ungeduldig rufen gelitten unter Pontius Pilatus schoss es mir durch den Kopf und im selben Moment wusste ich ganz genau was einst ein Priester bei meiner Grabrede über mich sagen würde gelitten unter Sherlock Holmes unmittelbar darauf schämte ich ich eilte zur Türe und öffnete diese ehe Holmes sie womöglich noch einschlug sie sind ja noch nicht einmal angezogen rückte er mich entschuldigen sie bitte Holmes ich werde in Zukunft in meinen Straßen kleidern nächtigen um sie nicht unnötig warten lassen zu müssen antwortete ich zynisch das lobe ich mir Watson sehr umsichtig von ihnen womit wollen sie mich also heute quälen außerdem möchte ich mich noch mit dem Kardinal über die drei Grabtücher unterhalten während Holmes mir seine Pläne für den Tag mitteilte war ich pflichtbewusst mit dem ankleiden beschäftigt so wir können los Holmes ich bin soweit wir fanden Pastor Milani kniend vorm Altar im Gebet vertieft als er uns bemerkte blickte er kurz hoch geduldig warteten Holmes und ich im hinteren Bereich bis der Pastor sein Gebet beendet hatte einige Minuten später erhob sich der Pastor mit einem Kreuz Zeichen und kam auf uns zu entschuldigen Sie bitte dass Sie warten mussten aber das ist doch überhaupt kein Problem sagte Holmes freundlich wie geht es Ihnen denn heute nach den schrecklichen Erlebnissen des gestrigen Tages wenn ich nur daran denke zitter mir immer noch die Knie sagte er und versuchte dabei zu lächeln doch das lächeln erreichte nicht seine Augen wollen wir zusammen ein paar Schritte gehen fragte Holmes den Pastor wir verließen zu dritt das Gebäude und schlenderten draußen zusammen über die Grünfläche was war Pastor Spina denn für ein Mann wie haben sie sich mit ihm verstanden erkundigte sich Holmes beim Pastor dieser brauchte nicht lange darüber nachzudenken Pastor Spina war ein Kirchenmann durch und durch erlebte seinen eigenen Fanatismus ich schätzte ihn als Gläubigen jedoch nicht als Vorsteher einer Kirche wie darf ich fragte Holmes ein wenig irritiert es ist vielleicht ein Fehler wenn ich ihnen das erzähle aber für mich ist der Glaube und die Kirche nicht ein und dasselbe ich bin ein sehr gläubiger Mensch und versuche auch wenn es mir nicht immer gelingen mag danach zu leben und zu streben und das passt mit der Institution Kirche nicht zusammen hackte Holmes nach nein das tut es in meinen Augen nicht immer Holmes nickte anerkennend mit dem Kopf und sagte dann und trotzdem sind sie ein Kirchenmann ich bin in erster Linie ein Mann Gottes und wie sieht das der ehrwürdige Kardinal Kardinal Fassati ist ein sehr herzlicher Mensch er ist wie ich ein Mann Gottes ich glaube jedoch nicht dass der Kardinal zwischen Gott und der Kirche unterscheidet für ihn ist das alles eins und ich muss sagen er leistet dabei wirklich hervorragende Arbeit wie stand der Kardinal denn zu Pastor Spina fragte ich das hat er ihnen doch gesagt er war einer seiner engsten vertrauten wenn der Kardinal jedoch jemanden einmal in sein Herz geschlossen hatte schienen seine Augen und sein Verstand manchmal zu versagen das klingt überaus kryptisch wie meinen sie das hinterfragte Holmes ganz einfach Pastor Spina und ich waren sicher keine Freunde wir waren Kollegen ich schätzte ihn als Mensch nicht besonders denn er war ein fanatischer Gläubiger beendete Holmes den Satz so ist es stimmte der Pastor ihm zu und mehr werden sie wahrscheinlich zum Thema Pastor Spina nicht mehr preisgeben schlussfolgerte Holmes Milani Milani lachte und auch damit haben sie wieder recht abruppt wechselte Holmes plötzlich das Thema konnten sie die nacht denn überhaupt schlafen fragte er den jungen Mann mitfühlend wie sie mir sicherlich ansehen hatte ich schon bessere Nächte gestand der Pastor hatten sie gestern Abend noch Besuch Pastor Milani sah ihn aufmerksam an schnell sagte Holmes ich meine nur ob sie sich die Geschehnisse des gestrigen Tages vielleicht noch von der Seele haben reden können nein ich hatte keinen Besuch ich blieb mit meinen Gedanken lieber alleine mit Gott wir gingen noch ein paar Schritte stumm nebeneinander her es schien als wäre jeder in seine ganz eigenen Gedanken versunken plötzlich blieb Holmes stehen und zog eine kleine Wasserflasche aus seiner Manteltasche ich sagte nur an Pastor Milani gerichtet im Alter ist es immer sehr wichtig ausreichend zu trinken dann warf er mir einen jener Blicke zu die mir sagten halten sie die Klappe Watson Holmes trank wenige Schlucke hielt seine Flasche aber weiterhin geöffnet vor sich dann gingen wir weiter nach nur wenigen Schritten schien Holmes böse zu stolpern wobei er den restlichen Inhalt wie es der Zufall so wollte genau auf Pastor Milani verschüttete ich rollte mit den Augen und wendete mich kurz ab um Holmes Schauspiel nicht zu verraten Holmes hingegen war sofort bei Pastor Milani und nestelte mit seinem Taschentuch in der Hand an Milanis Hemd und Kragen herum dabei überhäufte er dem Pastor mit Entschuldigungen Oh wie ungeschickt von mir was ich doch für ein Tollpatsch bin doch mein Bein ist einfach weggeknickt hat einfach nachgegeben na das macht bestimmt das Alter bitte verzeihen sie mir es tut mir wirklich schrecklich leid der ahnungslose junge Mann ließ all das mit einem Lächeln über sich ergehen aber Mr. Holmes es war doch nur Wasser ich bitte sie das ist doch alles überhaupt nicht schlimm sie gehen sich jetzt besser etwas trockenes anziehen wir sind hier ohnehin fertig ich danke ihnen tausendmal mit diesen Worten schickte Holmes den jungen Pastor einfach fort Holmes grinste der junge Pastor mag zwar ein Mann Gottes sein gelogen hat er trotzdem ich weiß sagte ich als er behauptet hat er hätte gestern keinen Besuch mehr erhalten Holmes nickte und nicht nur das unser gläubiger oder auch gutgläubiger Pastor hat eine Liebelei mir blieb der Mund offen stehen das glaube ich nicht Holmes nur weil jemand noch des nächtens Damen Besuch erhält heißt das doch nicht automatisch dass er eine Affäre hat vielleicht war die junge Frau auch ja nur eine gute alte Freundin und für eine gute alte Freundin hat er gelogen das ließe ich mir vielleicht noch von ihnen einreden aber wie erklären sie sich dann den verräterischen Fleck an seinem Hals sie meinen er hat einen knutschfleck das ist ja allerhand schimpfte ich er ist Pastor sind sie sich wirklich sicher Holmes und als Pastor ist man unfehlbar und frei jeglicher schuld so einfach ist das nicht Watson und ja ich bin mir sicher weshalb meinen sie hab ich den armen Kern mit Wasser voll geschüttet eigentlich wollte ich ihn aus seinem hemd schälen und auf mögliche kratzspuren untersuchen aber dann gab ich mich mit dem doch recht überraschenden knutschfleck zufrieden kommen sie wir werden mal sehen wo wir den kardinal finden mal sehen was er zu den knutschereien seines engsten vertrauten sagt sie wollen petzen gehen holmes fragte ich entrüstet aber natürlich grinste holmes anders werden wir hier nicht weiterkommen wir fanden den kardinal schließlich in der grabtuch kapelle er stand einfach still vorm altar und sah so aus als wolle er nicht gestört werden den gefallen würde ihm holmes aber sicher nicht tun kardinal fassati entschuldigen sie bitte die störung dürften wir uns kurz mit ihnen unterhalten der kardinal sah müde aus und schien um jahre gealtert die vergangenen geschehnisse machten ihm deutlich zu schaffen dennoch empfing er uns gütig und freundlich wie man das eben von einem kardinal erwartete haben sie schon etwas über die grabtücher erfahren ich nehme nicht an dass sich eines davon als original herausgestellt hat begann holmes sofort alle tücher sehen vollkommen identisch aus natürlich bis auf die verschiedensten flecken auf dem tuch das als tischtuch verwendet wurde befinden sich wein und essens reste der umhang ist schmutzig und das tuch des pastors ist voll mit blut befleckt antwortete er traurig und bedauernd zugleich wie wollen sie nun weiter vor gehen morgen ist doch ostersonntag und wir haben von dem original kardinaltuch nicht die geringste spur wollen sie eines der drei tücher das am wenigsten in mitleidenschaft gezogen wurde säubern und vielleicht morgen ausstellen fragte ich daran hatte ich tatsächlich bereits gedacht gab der kardinal zu allerdings wäre das eine lüge und viel zu gefährlich stellen sie sich einmal vor das tuch würde danach irgendwo in der öffentlichkeit auftauchen und es käme somit heraus dass ich ein das ist undenkbar das sahen holmes und ich genauso sie könnten die kapelle und somit die tuch ausstellung doch einfach gesperrt halten aus respekt gegenüber dem toten pastor und wegen noch ausstehender ermittlungen seitens der polizei da lässt sich doch sicher eine adäquate erklärung finden somit wäre ihr problem wenigstens für die weiteren osterfest gelöst sagte holmes der kardinal stimmte dem danken zu das ist eine großartige idee mr holmes ich danke ihnen sehr mir brennt allerdings noch etwas anderes auf der seele ehrwürdiger kardinal sagte holmes in beinahe schüchternem tonfall der kardinal sah ihn überrascht an es ist mir zuwider ihnen das sagen zu müssen aber ich glaube pastor milani hat eine liebschaft ich sah den kardinal gespannt an doch nichts geschah der kardinal lächelte nur milde und sagte dann sie sind ein guter detektiv mr holmes wussten sie dass eines meiner hobbys das lesen von kriminalfällen ist wahrscheinlich deshalb oder weil ich auch nicht ganz blind bin ist mir dieser umstand bereits bekannt nun war es holmes der vor erstaunen für einen moment sprachlos wirkte aber wirklich nur für einen moment sie wissen davon der kardinal lachte aber natürlich diese verliebten jungen leute wie könnte ich das auch nicht mitbekommen haben und sie haben nichts dagegen fragte ich perplex ich sehe es nicht als meine aufgabe an dies zu richten und zu verurteilen zumal ich liebe im allgemeinen immer als etwas wertvolles und gutes betrachte ich glaube auch nicht dass unser herr jesus christus etwas gegen die liebe einzuwenden gehabt hätte die zwei jungen leute mögen sich was ist daran verwerflich die junge frau sitzt jede messe die der pastor hält in der ersten kardinal fassati das sage ich ihnen nun aus tiefstem herzen sie sind für mich ein wahrer man gottes und ich hege die allergrößte bewunderung ihnen gegenüber sie haben mich wirklich überrascht und das passiert in der tat äußerst selten sagte holmes ich kannte ihn nur zu gut und so wusste ich dass er das was er da eben gesagt hatte absolut ehrlich meinte nach dem äußerst interessanten gespräch mit kardinal fassati beschlossen holmes und ich einen happen essen zu gehen wir suchten wieder das uns empfohlene restaurant auf und bestellten erneut pasta was sagt man dazu ich hätte vom kardinal mit vielen reaktionen gerechnet aber nicht damit sagte ich immer noch völlig überrascht mir geht es da genauso ich halte diese Einstellung von fassati ganz groß jedoch hat er mich damit rein ermittlungstechnisch gesehen wieder auf null katapultiert wie das fragte ich und nippte zugleich an meinem Glas Wein ich hatte die Freundin von Milani als mögliche Verdächtige in Betracht gezogen der Grabtuch Raub als Rebellion für ihre Liebe sie hätte sicher Gelegenheit gehabt an Milanis Schlüssel zu kommen und auch als mögliche Täterin von Pastor Spina hatte ich sie schon gesehen weil Spina vielleicht hinter ihr Geheimnis gekommen war und die beiden unter Druck gesetzt hatte ach es hätte alles so gut gepasst seufzte Holmes jetzt dagegen stehen wir wieder ganz am Anfang aber Gott sei Dank habe ich schon eine andere Idee verwundert sah ich ihn an und fragte und die wäre ich werde morgen früh vor der Ostermesse der Toriner Bevölkerung die Beichte abnehmen strahlte er mich in freudiger Erwartung an Holmes das ist völliger Wahnsinn Sie können sich doch nicht als Beichtvater ausgeben polterte ich weiter es war früh am Morgen und wir hatten gleich den Dom erreicht Holmes war voller Euphorie und ich musste mich anstrengen um mit ihm Schritt zu halten wir hatten gestern noch lange über Holmes Vorhaben einen angeregten Diskurs geführt jedoch war er nicht von seinem Wahnsinns Vorhaben abzubringen Sie wissen was Sie zu tun haben fragte Holmes und überging somit meine sämtlichen Einwände ja aber das werde ich nicht tun Sie können doch nicht die völlig ahnungslosen Menschen aushorchen die ihnen ihre intimsten Gedanken und Verfehlungen mitteilen plötzlich blieb Holmes stehen Watson hören Sie einmal es geht hier inzwischen um Mord nicht mehr nur um einen geklauten fetzen Stoff haben Sie eine bessere Idee dann nur zu nein die hatte ich nicht kleinlaut gab ich nach in Ordnung ich werde tun was sie von mir erwarten zufrieden schritt Holmes weiter voran ich dagegen konnte einfach nicht glauben dass ich ihn wieder einmal bei einem seiner abstrusen Vorhaben unterstützen würde Kardinal Fassati und Pastor Milani gaben sich völlig überrascht uns zu so früher Stunde schon anzutreffen gemeinsam schmückten sie den Altar für die bevorstehende Messe guten Morgen allerseits ich müsste sie beide kurz unter sechs Augen in dringlicher Angelegenheit in der Grabtuch Kapelle sprechen sagte Holmes jetzt fragte der Kardinal das geht nicht wir werden gleich mit der Beichtabnahme beginnen es dauert auch nur einen kurzen Moment gab sich Holm überzeugend nun gut willigte der Kardinal ein und ließ den Blumenschmuck auf dem Altar stehen er gab Pastor Milani ein Zeichen und die drei verschwanden Richtung Kapelle Holmes zwinkerte mir noch verstohlen zu und ich schlich den dreien unauffällig hinterher als als Holmes mit den beiden Männern vor der Kapelle angekommen war und der Kardinal seinen Schlüssel zückte hörte ich wie Holmes sagte lassen sie mich für sie aufsperren ich sehe doch wie ihre Hände zittern dann hörte ich die Türe aufschwingen vorsichtig schlich ich diesen Worten ließ Holmes die zwei verdutzten Männern stehen kam zu mir heraus warf die Türe ins Schloss und versperrte diese mit dem Schlüssel vom Kardinal das haben sie ganz fantastisch gemacht lobte mich Holmes aber darüber war ich mir nicht so sicher sie bleiben jetzt hier und passen auf aber sie wissen sprechen sie kein Wort mit den beiden sagte er klopfte mir auf die Schulter und verschwand in Richtung Fahrstuhl er würde sich nun den Talar überwerfen in den Beichtstuhl huschen und mit dem Schauspiel beginnen ich hörte wie einer der Männer von innen gegen die Türe hämmerte und Hallo schrie ich atmete einmal tief durch sackte auf den Boden und lehnte mich mit dem Rücken zur Türe Holmes bitte machen sie schnell dachte ich nur als Holmes in den Beichtstuhl schlüpfte dauerte es nicht lange und der erste Mann trat ein er kniete nieder und sagte gelobt sei jesus christus Holmes antwortete in ewigkeit amen wann war deine letzte beichte mein sohn der Mann antwortete oh das ist schon eine ganze weile her darauf sagte Holmes nun gut dann bitte beginne und nenne mir deine Sünden der Mann begann stotternd es tut mir wirklich leid ich habe eine sehr liebe Frau aber sie ist halt nicht die allerschönste aber die Nachbarin ja die ist eine wahre Augenweide ich habe ihr vor zwei Jahren ein Kind gemacht Holmes unterbrach ihn Kinder sind doch etwas wunderbares das sollten sie ihrer Tuch Tuch auf den Kopf geklatscht und ihn somit entlassen Aber das geht nicht beschwerte sich der Mann meine Frau wünscht sich Juwelen und Diamanten wie soll ich mir das je leisten können sie legen gegen Gottes Wünsche Einspruch ein Gott ist bereit sie von ihren Sünden los zu sprechen doch sie müssen ihm schon ein bisschen entgegen kommen sie werden einfach mehr arbeiten müssen dann haben sie auch nicht mehr so viel Zeit und Gelegenheit für weitere Augenweiden Gott der barmherzige Vater hat durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes die Welt mit sich versöhnt und den Heiligen Geist gesandt zur Vergebung der Sünden durch den Dienst der Kirche schenke er dir Verzeihung und Frieden so spreche ich dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes der Mann gab noch ein unverständliches Amen von sich und verließ geknickt den Beichtstuhl Etwa eineinhalb Stunden später kam Holmes zur Kapelle zurück und erlöste mich Na wie ist es Ihnen ergangen Holmes Haben Sie erfahren was Sie wissen wollten fragte ich Nicht hier zischte mir Holmes zu und entriegelte dabei die Türe zur Kapelle Was fällt Ihnen ein uns hier einfach einzusperren schimpfte der Kardinal Ich habe Ihnen vertraut Ich bin wirklich maßlos enttäuscht Das war alles die Schuld meines Kollegen Entschuldigen Sie bitte ich bin untröstlich Erwiderte Holmes Meine Schuld Ich konnte es nicht fassen Das schlug dem Fass doch den Boden aus Der Kardinal funkelte mich zornig an Aber er tat es doch nicht aus Absicht sondern aus Pflicht Bewusstsein Ich musste sehr dringend weg und Dr. Watson dachte sich die Türe müsste wieder abgesperrt werden und vergaß dabei einfach sie beide Ein schlichtes und bedauerliches Missverständnis eilte mir Holmes zur Seite Ich sah es in den Augen des Kardinals dass er Holmes Lügenmärchen keine einzige Sekunde lang glaubte Dennoch schien er bereit zu sein uns zu verzeihen Wahrhaftig ein ganz und gar gütiger Mann Wir trafen rechtzeitig zur Frühstückszeit in der Pension ein Signora Leone hatte einen Tisch eingedeckt und es war eine wahre Freude uns einfach daran setzen zu können und zu schmausen Es fehlte bei diesem üppigen Osterfrühstück dem dem war dem leider nicht so Ich bekam nur Sachen zu hören wie ein Mann zum großen Ärgernis seines Nachbarn dessen Sau blau eingefärbt hatte oder eine Köchin die ihre Herrschaft täglich in die Suppe spuckte einige geständige Diebe viele Ehebrecher und einen Zahnarzt der eigentlich gar keiner war aber Stein und Bein schwor dass er die Betäubung so gut hinbekäme dass er seinen Patienten noch nie Schmerzen zugefügt hätte Ich fragte allerdings nicht genauer nach der Art der Betäubung und so weiß ich nicht nahm er Kokain Alkohol oder Schon Novokain oder gar den Holzhammer Holmes zuckte gleichgültig mit den Schultern Wir kommen hier also keinen Deut voran stellte ich trocken fest Deshalb werden wir uns beide auch nun schon schlafen legen um für heute Nacht fit und ausgeruht zu sein Was haben sie denn nun schon wieder vor Muss ich es mit der Angst zu tun bekommen fragte ich resignierend Keines Falls mein lieber Watson Wir werden uns heute Nacht vor dem Anwesen des Auch nichts protestierte ich Watson glauben Sie mir ein untrügliches Gefühl sagt mir dass unser sympathischer Pastor Milani etwas mit der Sache zu tun hat Dann stand er auf tupfte sich die Mundwinkel mit einer Serviette ab legte diese so dann beiseite und sagte Wir sehen uns Punkt 8 Uhr frisch und fröhlich genau hier wieder Ich muss gestehen die Aussicht darauf erneut eine ganze Nacht geduckt hinter einem kratzigen Busch zu verbringen entfachte nicht gerade ein Hochgefühl in mir Dennoch würde ich natürlich wie immer Holmes Wunsch Folge leisten Ich legte mich also ins Bett konnte aber keine Ruhe finden und so beschloss ich mit meinem armen kleinen Sausages noch einen Spaziergang zu machen Anschließend versuchte ich es noch einmal und tatsächlich fand ich nun für wenige Stunden Schlaf Holmes wartete natürlich schon auf mich Sie sehen müde aus sagte er zur Begrüßung dem konnte ich nur zustimmen ich war hundemüde und mir graute es vor der bevorstehenden Nacht Ich saß auf meinem mitgebrachten Polster und aß eine Packung Kekse während Holmes gebannt auf das Tor blickte Sie schmatzen Watson machte er mich direkt darauf aufmerksam Wollen Sie auch einen Keks Holmes bot ich ihm freundlich einen an Nein danke aber es ist schön dass Sie es gemütlich haben sagte er in einer Tonlage dass ich nicht sofort wusste ob er es ironisch oder ehrlich gemeint hatte Ich beschloss es einfach so stehen zu lassen Die Stunden vergingen ohne dass etwas geschah Es war sicher schon kurz vor Mitternacht als endlich eine Person auf das Tor zutrat Watson sie ist wieder da flüsterte Holmes und klang dabei ein wenig aufgeregt und tatsächlich ich erkannte den kaputsten Umhang wieder den sie vor zwei Nächten schon getragen hatte wieder schlüpfte sie vorsichtig durchs Tor hindurch und war im gleichen Moment verschwunden Müssen wir wirklich wieder die komplette Nacht hier ausharren nur um zu erfahren wann sie das Haus wieder verlässt fragte ich Dieses Mal werden wir die junge Dame verfolgen und herausfinden wer sie ist und wo sie wohnt entgegnete Holmes vielversprechend wir schwiegen und ich begann mich zu langweilen deshalb fragte ich Holmes wie ging es eigentlich weiter mit Jesus ich meine ich kenne nur das gängige am dritten Tage auferstanden von den Toten aufgefahren in den Himmel also Watson ich muss mich doch sehr wundern ich hätte sie für Bibelfester gehalten aber nun gut Jesus wurde schlussendlich mit Aloe und Möhre zu Grabe gelegt diese Kräuter wurden normalerweise zur Wundbehandlung verwendet deshalb gab es Spekulationen dass Jesus sein Martyrium mit einer tiefen Ohnmacht überlebt haben könnte diese Ohnmacht könnte beispielsweise durch verflüssigtes Opium hervorgerufen worden sein dass man ihm noch am Kreuze verabreicht hatte auf diese Weise haben Forscher die Auferstehung Christi zu erklären versucht die Kirche erzählt uns da wiederum eine ganz andere Geschichte Jesus wurde auf einem Kalkstein in einem Felsengrab beerdigt dieses wurde mit einem großen Felsbrocken verschlossen Frauen aus seiner Heimat die sein Sterben und seine Grablegung mit angesehen hatten entdeckten am dritten Tage dass sein Grab leer war dabei teilte ihnen ein Engel die Botschaft von der Auferweckung mit und sandte sie zu Petrus und den übrigen verbliebenen jüngern ich musste neidlos anerkennen dass mich Holmes breit gefächertes wissen immer wieder aufs neue beeindruckte Holmes sehen sie nur machte ich meinen freund aufmerksam denn eine weitere junge frau erschien im lichtschein vor dem tor diese bemühte sich aber nicht leise zu sein oder ungesehen zu bleiben sondern sie öffnete schwungvoll das tor ging hindurch und verschloss es dann wiederum von innen ich konnte es kaum glauben eine zweite geliebte was sagt man dazu Holmes denken sie etwa das gleiche wie ich fragte ich Holmes leicht schockiert nein das denke ich nicht die zweite frau zeigt völlig andere verhaltens muster als die erste die eindeutig die freundin unseres pastors ist sie verhält sich unauffällig geheimnisvoll und wäre am liebsten unsichtbar diese Frau jedoch verhält sich so als wäre es vollkommen legitim hier ein und aus zu gehen ich dachte darüber nach und musste zugeben da war etwas wahres dran und man stelle sich auch nur einen pastor mit zwei geliebten vor undenkbar so vergingen die Stunden und Holmes und ich hielten abwechselnd Nachtwache oder unterhielten uns über belangloses schließlich begann es wieder zu dämmern und Holmes und ich hielten unsere Augen gebannt auf das Tor gerichtet und schließlich war es wieder soweit doch zu unserer Überraschung erschienen die beiden Damen zusammen sie umarmten sich herzlich zur Verabschiedung doch während die Frau mit dem Kapuzenumhang wieder unsicher um sich schaute und in die eine Richtung verschwand ging die zweite Frau in die andere und erst jetzt erkannte ich wer die zweite Frau war Holmes erinnern sie sich noch an unseren ersten Abend im Restaurant an die unbekannte Schönheit das ist sie Holmes beobachtete sie genau sie haben recht mein Freund also erübrigt sich auch die Frage welche der beiden Damen sie wohl beschatten also los wir müssen die Verfolgung aufnehmen wir treffen uns wieder in der Pension viel Glück vorsichtig schlich ich der unbekannten Schönheit hinterher ich versuchte genug Abstand zu halten gerade so viel um sie nicht aus den Augen zu verlieren ich ging nun schon eine ganze Weile hinter ihr her als sie plötzlich in eine Seitenstraße einbog und einige hundert Meter weiter ein schmuckloses Gebäude betrat ich blieb wenige Häuser davor stehen denn ich war mir unsicher wie ich weiter vorgehen sollte ich beschloss langsam an dem Gebäude vorbeizuschlendern vielleicht konnte ich ja so eine Hausnummer oder noch besser eine Beschilderung entdecken zu meiner eigenen Beruhigung pfiff ich ein Liedchen um mich möglichst unauffällig zu verhalten eine ältere Dame mit Hut und Handtasche kam mir entgegen und warf mir beim Vorübergehen einen misstrauischen Blick zu ich ging ein paar Schritte weiter blieb stehen und drehte mich nach der alten Dame um was diese jedoch ebenfalls tat dabei sah sie mich immer noch an als hätte ich nicht alle Tassen im Schrank so viel also zu meiner Unauffälligkeit als ich endlich in die Nähe des schmucklosen Hauses kam konnte ich überraschenderweise eine Tafel an der Hauswand entdecken ich nahm all meinen Mut zusammen und ging direkt darauf zu Signora Milanis Heim für Kinder stand darauf in einfachen Lettern geschrieben Das musste ich sofort Holmes erzählen ob er wohl schon zurück war schnell eilte ich in die Pension zurück Laut anhaltendes klopfen an Holmes Zimmertüre und die Tatsache dass dieses keine Beachtung fand ließ mich in der Gewissheit dass Holmes noch unterwegs sein musste dabei brannte ich darauf ihm meine Entdeckungen zu schildern ich ging in mein eigenes Zimmer begrüßte Sausages indem ich ihm zärtlich über sein Köpfchen streichelte legte mich dann auf mein Bett und begann die Decke anzustarren circa eine Stunde später klopfte es dann an meine Tür sofort eilte ich zur Tür und bat Holmes herein ich muss ihnen unbedingt etwas erzählen brach es aus mir heraus dann schießen sie mal los erwiderte Holmes weniger gut gelaunt Holmes unsere unbekannte Schönheit ist die Schwester unseres Pastors was auch ihr selbstsicheres Verhalten am Tor erklärt wahrscheinlich wohnt sie noch dort zudem führt sie ein Kinderheim das den Namen Signora Milanis Heim für Kinder trägt beendete ich meine Erfolgsgeschichte sehr gut Watson Lobte mich Holmes eine Schwester so so das wirft ein vollkommen anderes Licht auf unseren Fall wir werden heute Mittag die komplette Familie befragen wie ist es ihnen denn ergangen wollte ich nun von Holmes wissen ach Watson nicht der Rede wert die Freundin unseres Pastors ging auf direkt dem Weg nach Hause ich wartete beinahe eine ganze Stunde auf sie ehe sie wieder erschien und zur Arbeit ging zwischenzeitlich wohl für den Tag fertig gemacht der Name des jungen Fräuleins ist Genevra Biondi schloss Holmes seinem Bericht das ist doch was munterte ich Holmes auf wir sehen uns also wieder zu Mittag zwölf Uhr ich bejahte ließ mich dann saft und kraftlos aufs Bett fallen und verfiel in einen kurzen traumlosen Schlaf wie vereinbart trafen wir uns um zwölf Uhr und marschierten sogleich los kurz vor 1.30 trafen wir vor dem Anwesen der Milanis ein wobei ich beeindruckt vor dem Tor stehen blieb so nah waren wir noch nie an das Haus herangetreten das Anwesen entpuppte sich als eine elegante großzügige Villa mit weitläufiger Parkanlage unsicher öffnete ich das Tor und wir spazierten direkt zum Haus ich rechnete schon damit dass wir von irgendjemand angehalten werden würden doch nichts dergleichen passierte Holmes klopfte fest gegen die Eingangstüre es dauerte eine ganze Weile und Pastor Milani persönlich öffnete uns Mr. Holmes Dr. Watson was führt sie denn zu mir fragte er überrascht wir würden uns gerne unter sechs Augen mit ihnen unterhalten sagte ich der Pastor bat uns herein und führte uns in den Salon darf ich ihnen etwas anbieten einen kaffee vielleicht allerdings müsste ich zuerst welchen aufsetzen sagte er entschuldigend machen sie sich bitte keine umstände beschäftigen sie denn gar kein Haus mädchen sie haben doch auch einen kranken vater der gepflegt werden muss hinterfragte Holmes sie haben sich über mich informiert lächelte Pastor Milani normalerweise haben wir ein Haus mädchen doch da heute Ostermontag ist habe ich hier freigegeben das bisschen Arbeit kann ich auch gut einmal einen Tag alleine erledigen Pastor ich frage sie jetzt ganz direkt haben sie eine Affäre mit einer gewissen Senora Ginevra Biondi dabei blickte Holmes seinem Gegenüber scharf in die Augen Pastor Milani Gesichtszüge wurden weich und seine Augen begannen zu glänzen er hätte uns gar nichts darauf antworten müssen denn wir hätten es nun noch so gewusst doch er antwortete unverhohlen nein ich habe keine banale Affäre mit Senora Biondi ich liebe sie mehr als alles andere beantwortet das ihre Frage zu ihrer Zufriedenheit Holmes nickte und sagte und ich gratuliere ihnen zur Liebe Pastor und dass sie den Mut haben uns gegenüber auch dazu zu stehen das macht sie in meinen Augen nur noch sympathischer diese heimlich sicher nicht einfach für sie und ich finde es sehr bedauernswert dass Männern und Frauen im Dienste der Kirche keine andere Liebe als die zu Jesus Christus zugestanden wird wir sind doch alle Gottes Kinder und alles Menschen mit Bedürfnissen und Gefühlen ganz egal an wen oder was wir glauben oder wem wir dienen das haben sie sehr schön gesagt Mr. Holmes dem habe ich nichts hinzuzufügen stimmte der Pastor meinem Freund zu es ist auf jeden Fall schön wenn man weiß dass man auch von anderen verstanden wird sagte ich wie meinen sie das fragte Pastor Milani naja ich denke da an Kardinal Fassati der Kardinal weiß Bescheid platzte es ungläubig aus ihm heraus das wussten sie nicht schaltete sich Holmes ein und begann zu lachen soweit ich das einschätzen konnte hatte er nichts dagegen einzuwenden er im Gegenteil da fällt mir jetzt aber ein Stein vom Herzen schade dass das nicht alle so sehen sagte der Pastor traurig die sprechen von Pastor Spina Pastor Spina wusste auch Bescheid jetzt wurde unser Pastor wirklich kreidebleich und Umfassung bemüht anscheinend doch nicht ich hatte nämlich die leise Vermutung dass er sie mit diesem Wissen vielleicht erpresst hätte konstantierte Holmes aber in keinster Weise protestierte der Pastor und ich gebe ihnen mein Ehrenwort und mein heiliges Versprechen an Gott dass ich mit dem Mord an Pastor Spina rein gar nichts zu tun habe mit dem Mord wahrscheinlich nicht aber mit dem Diebstahl des Grabtuches hinterfragte Holmes ja dafür bin ich alleine verantwortlich und zur Rechenschaft zu ziehen gab der Pastor unvorblüm zu das entspricht aber nicht der völligen Wahrheit sie haben zusammen mit Kardinal Fassati eine Messe gehalten als der Diebstahl stattfand wer hat ihnen geholfen ihre Freundin oder war es ihre Schwester Pastor Milani schwieg ich werde nicht über sie richten auch werde ich sie nicht der Polizei ausliefern das verspreche ich ihnen sagte Holmes solange sie nur für den Diebstahl und nicht für den Mord an Spina verantwortlich sind haben sie von meiner Seite her nichts zu befürchten ich bin nur der Meinung dass sie es dem Kardinal sagen sollten ich finde das sind sie ihm gegenüber schuldig außerdem würde ich Liebe zu Ginevra erfahren hatte in seinen Augen bin ich meines Amtes nicht würdig sie müssen wissen er ist sehr gläubig und ist in seinen Ansichten ziemlich verstaubt und festgefahren meine Schwester Gina hat er schon enterbt sie darf lediglich noch hier wohnen er will sein gesamtes Geld der Kirche vermachen Mr. Holmes sie müssen mir glauben ich bin kein neider und auch kein geldgieriger Mensch mein Erbe würde ich sowieso nicht für mich in Anspruch nehmen sondern es meiner Schwester Gina zukommen lassen sie leitet ein Heim für benachteiligte und misshandelte Kinder dort würde das Geld gebraucht werden und könnte so vielen helfen aber nein wie schon gesagt er will es der Kirche vermachen als wenn die Kirche zum Teil nicht verlogen wäre deshalb beschloss ich zusammen mit Ginevra das Grabtuch zu stehlen die Echtheit des Tuches wird einzig und alleine von der Institution Kirche behauptet und gestützt alle Einwände dagegen werden sofort unterdrückt und die Gläubigen weiterhin das Licht geführt das Tuch selbst hat Ginevra während der Messe gestohlen ich hatte ihr meinen Schlüssel gegeben als Ginevra und ich die vielen Duplikate angefertigt hatten um die Kirche und das Grabtuch selbst als Lüge zu entlarven und dies den Gläubigen und auch meinem Vater zu vermitteln kam uns meine Schwester Gina auf die Spur wir weiten sie daraufhin in unser Vorhaben ein aber die Bevölkerung hat auch nie von dem Diebstahl des Tuches erfahren warf ich ein ja das stimmt Dr. Watson diesen Teil habe ich beziehungsweise haben wir uns auch anders vorgestellt deshalb hatten wir ja auch das letzte Abend mal inszeniert aber bevor noch jemand das mitbekommen konnte waren leider schon sie zur Stelle ich glaube ihnen und ich danke ihnen für ihre offenen Worte sagte Holmes somit können wir uns eine Befragung ihres Vaters ersparen bleibt nur noch eine Frage offen weshalb und vor allem wer hat Pastor Spina ermordet ach ja da ist doch noch eine Sache weshalb wurde ihre Schwester Gina eigentlich von ihrem Vater enterbt das kann ich ihnen beantworten ertönte darauf eine verunsicherte Stimme es war Gina Spina hat mich als junges Mädchen missbraucht er hat was entfuhr es unserem jungen Pastor er hat bekommen was er schlussendlich auch verdient hat rief Gina aufgebracht Holmes und ich wurden bei diesem Spektakel das sich uns hier bot nun regelrecht zu Statisten degradiert das glaube ich nicht kann das wirklich sein du hast ihn umgebracht sagte unser Pastor entsetzt glaubst du das glaubst du das wirklich fragte Gina noch einmal Pastor Milani der zuvor aufgebracht von seinem Stuhl hochgesprungen war ließ sich in diesen wieder zurückfallen und vergrub das Gesicht in seinen Händen Gina kam langsam auf Holmes und mich zu und reichte Holmes ein Büchlein es war ein Tagebuch ihr Tagebuch in einer verschnörkelten Mädchen Handschrift stand dort geschrieben es war heute so ein sonniger herrlicher Tag ich trug meinen Lieblingsrock den rosafarbenen mit den vielen Rüschen am Saum Vater übergab mir einen Korb mit einem Kuchen und einer Flasche Wein darin ich fühlte mich beinahe so wie Rotkäppchen aus dem Märchen das ich so gerne lese ich musste kichern Vater schickte mich damit rüber zum Dom ich sollte das Pastospina geben irgendwie so oft und ich mag das nicht ich habe immer das Gefühl der Pastor will mir ganz nah sein aber Vater hatte es mir ja befohlen und so gehorchte ich ich fand den Pastor betend in einer Bank als er mich sah hob er seinen Kopf und schaute mich ganz komisch an dann wollte er dass ich mich zu ihm in die Bank setzte ich wollte zuerst nicht aber er sagte zu mir er wolle mit mir zusammen beten da konnte ich doch nicht nein sagen sofort legte er seine schwitzende Hand auf meinen nackten Schenkel mir war das furchtbar unangenehm und ich rutschte die Bank entlang ein wenig von ihm ab doch der Pastor rutschte mir nach und wäre ich auch nur ein kleines Stückchen weiter gerutscht dann wäre ich aus der Bank gefallen und seiner Hand auf meinen Schenkel allerdings dieses Mal ein Stückchen höher er begann mich zu streicheln und ich erstarrte denn seine Hand fuhr noch höher und er war schon fast bei meiner Unterhose angelangt er fasste mir ins Höschen und fing plötzlich an ganz komisch zu atmen ich wusste gar nicht wie mir geschah dann hob er mich hoch und drängte mich in den Beichtstuhl was dann passierte mag ich gar nicht mehr schreiben aber es war schlimm sehr schlimm ich verabscheue alle Männer außer meinen Papa und meinen Bruder die würden das sicher nie machen Holmes blätterte um und ein neuer Eintrag begann ich habe heute alles Vater erzählt er hat meine Ohrfeige verpasst es tut jetzt noch weh er hat gesagt ich sei ein verlogenes kleines Ding er hat mir nicht geglaubt das werde ich ihm nie verzeihen Holmes blickte auf und sagte dann ich denke ich muss nicht mehr weiter lesen Gina schüttelte den Kopf und antwortete nein müssen sie nicht es ist auf den ersten beiden Seiten alles gesagt was sie über Spina und auch über meinen Vater wissen müssen sie haben also den Pastor ermordet sagte Holmes wenn das die allgegenwärtige Meinung von Ihnen ist es wohl so ich kann sie verstehen wirklich und ich bin ganz bei Ihnen Signora Milani doch es ist in dem Mordfall bereits die Polizei involviert und ich kann sie nicht einfach laufen lassen auch wenn ich das nur allzu gerne tun würde es ist nicht mehr von Bedeutung sagte sie leise doch das ist es beharrte Holmes und ich verspreche ihnen ich werde alles in meiner Macht stehende Unternehmen um sie so schnell wie möglich wieder frei zu bekommen machen sie sich bitte keine Mühe antwortete sie und du Bruder versprich mir nur eines kümmere dich um meine Kinder im Heim spring über deinen Schatten und versöhne dich mit Vater denn die Kinder brauchen das Geld was soll denn sonst bloß aus ihnen werden Pastor Milani saß immer noch stillschweigend auf seinem Stuhl und verbarg sein Gesicht Holmes sah zu dem Pastor und bot ihm die Gelegenheit noch einige Worte an seine Schwester zu richten doch er reagierte nicht und so sagte Holmes schließlich mit einem tiefen Seufzer in der Stimme kommen Sie Senora wir bringen Sie zur Polizei Holmes und ich saßen zusammen in meinem Zimmer in der Pension wir waren beide niedergeschlagen von den Ereignissen die sich soeben in der Villa Ich habe ein ganz und gar ungutes Gefühl Watson Ich glaube wir haben einen Fehler gemacht sagte Holmes stand auf und lief aufgewühlt in dem Zimmer umher Welchen Fehler denn Holmes Sie glauben Senora Milani ist unschuldig Aber es passt doch alles perfekt zusammen Gut sie hat nicht eindeutig gestanden Doch auch wenn sie das vor Gericht nicht tut sprechen die Indizien doch alle gegen sie und überführen sie Das ist es ja gerade was mir Sorgen bereitet Watson erwiderte Holmes darauf nur Holmes hören sie Gina hatte freien Zugang zum Schlüssel das heißt sie konnte die Kapelle jederzeit aufsperren sie hatte das Grabtuch das Spinas Charme verbarg doch hätte sie Spina auch weitaus brutaler töten können nämlich indem sie ihm wirklich Nägel durch die Hände und Füße getrieben hätte das hat sie aber nicht weil sie im Grunde eben doch ein guter Mensch ist aber es ist so wie es ist Holmes es passt einfach perfekt alles zusammen das Mädchen ist schuldig auch wenn sie es nicht wahrhaben wollen Holmes seufzte tief und setzte sich wieder auf seinen Stuhl aber ich spürte dass seine Gedanken immer weiter kreisten und so wollte ich ihn ablenken mir kam die Idee ihn weiter zu den Ereignissen zu befragen die am heutigen Ostermontag mit Jesus passiert waren ich wusste mich zu belehren konnte Holmes beim besten Willen nicht widerstehen und das würde ihn zwangsläufig auf andere Gedanken bringen Holmes sie haben ihr beeindruckendes Wissen leider nicht bis zuletzt mit mir geteilt sagte ich so beiläufig wie möglich wie meinen sie das Watson nun was am Ostermontag mit Jesus weiter passiert ist sagte ich nur schlicht und war ganz zufrieden mit mir selbst nun diese Geschichte ist schnell zu Ende erzählt Jesus erschien zwei wandernden Jüngern die sich daraufhin sofort auf den Rückweg nach Jerusalem machten um den anderen Jüngern die frohe Botschaft von der Auferstehung Jesu zu überbringen Ende doch plötzlich sprang er auf mir kommt da eine Idee kommen sie Watson machen sie schnell wo wollen wir denn so plötzlich hin fragte ich irritiert zum Dom in die Grabtuch Kapelle rief mir Holmes aufgeregt entgegen sie haben mich da auf etwas gebracht ich auf was denn wenn der Mörder von Pastors Biene am Karfreitag eine solche Inszenierung veranstaltet und in Kauf nimmt sogar bei den Vorbereitungen dazu erwischt zu werden dann kommt derselbe Mörder vielleicht am Ostermontag an den Tatort zurück um damit bildlich gesprochen seine Auferstehung zu verkünden sinnierte Holmes oder aber der Mörder sitzt bereits vollkommen zurecht hinter schwedischen Gardinen fügte ich spitz hinzu wollen sie nur mitkommen oder nicht Watson ich musste mich rasch entscheiden denn Holmes war bereits zur Türe hinaus kurze Zeit später saßen Holmes und ich versteckt hinter der Türe der Grabtuch Kapelle wir hatten uns von Kardinal Fassati den dazugehörigen Schlüssel geborgt und ihm hoch und heilig versprochen dieses Mal nicht ihn sondern nur uns selbst darin einzusperren Holmes wartete gebannt auf ein Geräusch von außen während ich mich zugegeben ermassen eher langweilte die Stunden verstrichen und nichts passierte wenn man die wir in den letzten Tagen auf der lauer lagen zusammenzählen würde dann ich dachte die Idee nicht zu Ende denn ich war in einer seltsam gereizten Stimmung dieses ganze sinnlose vor sich hin warten erschien mir plötzlich so öde und nutzlos wie schon lange nichts mehr davor plötzlich kam mir mein lieber Sausages in den Sinn der wartete wahrscheinlich in meinem Pensionszimmer auf mich und war ganz traurig und fühlte sich alleine und da fasste ich einen Entschluss ich würde dem Ganzen ein Ende bereiten und zwar hier und jetzt ich würde mich von Holmes und seinen völlig verqueren Ideen und Behauptungen lossagen und Moment da war doch was Holmes hatte es ebenfalls schon gehört denn er legte seinen Zeigefinger an die Lippen und deutete mir an ganz still zu sein als ob ich das nicht selber wüsste da wieder ein Geräusch da versuchte doch jemand einen Schlüssel ins Schloss zu stecken gebannt lauschte ich weiter denn dieser jemand hatte es so eben geschafft und ich hörte und spürte es zugleich wie der Schlüssel im Schloss umgedreht wurde und der Riegel daraufhin zurücksprang der Türknauf wurde langsam ganz vorsichtig herunter gedrückt Licht fiel durch einen schmalen Spalt ins Innere der Kapelle der Lichtstrahl wurde immer breiter bis auf einmal ein Schatten über den Lichtstrahl fiel der Schatten einer Person verdammt Holmes hatte doch schon wieder recht gehabt Holmes und ich duckten uns und machten uns ganz klein wir versuchten schier unsichtbar zu werden und waren mucksmäuschen still dann trat die Person leise ein die Türe fiel zurück ins Schloss und Holmes und ich saßen nun völlig ungeschützt neben der Türe an der Wand schnell hastete daraufhin Holmes den kurzen Schritt zur Türe und versperrte nun seinerseits das Schloss von innen erschrocken sah ich sie beziehungsweise ihn Camilla riefen Holmes und ich aus einem Munde Langsam schienen wir alle drei den Schockmoment unseres Wiedersehens überwunden zu haben Die Dame aus dem Zug also stellte Holmes trocken fest Meine zwei Helden aus dem Zug in Paris Eigentlich hatte ich mir ein erfreulicheres Wiedersehen mit ihnen beiden gewünscht CSP erinnerte sich Holmes Ich sah ihn verständnislos an Die Initialen auf der gestohlenen Geldbörse CSP Camilla Spina Sie sind also die Tochter beziehungsweise der Sohn von Pastor Spina Habe ich recht Schlussfolgerte Holmes Haben Sie Wie schon damals im Zug sagte sie bitter Wollen Sie es sich vielleicht endlich einmal von der Seele reden fragte Holmes mitfühlend Camilla nickte kurz und so saßen wir zusammen in einem Kreis vor dem Altar Die Lampe stellte ich direkt in die Mitte und das Licht erleuchtete sehr stimmungsvoll unsere Gesichter Geboren wurde ich als Karl Spina begann Camilla langsam ihre Geschichte Ich lebte alleine mit meiner Mutter und wurde von den Nachbars Kindern als Bastard verspottet Es war wirklich sehr schlimm doch hatten wir es zu keiner Zeit einfach meine Mutter und ich Vater ich meine also Pastor Spina kam nur gelegentlich und immer erst spät abends zu uns denn denn der Schein nach außen und der gute Ruf den er als Pastor genoss mussten schließlich gewahrt bleiben Meine Mutter empfand keine Liebe für ihn und wie hätte sie das auch gekonnt Spina demütigte sie ständig sobald er in unserer Nähe war und tat sie nicht umgehend das was er ihr befahl bekam sie seinen Gürtel zu spüren Mir erging es mit alledem immer wieder und wieder dabei berief er sich stets auf die Bibel die er ständig mit sich führte Ich kam in die Pubertät und fühlte mich ab da nicht mehr wohl in meinem Körper Das hatte ich zwar nie so richtig Doch von da an wurde es für mich schier unerträglich Ich begann mir also die Haare wachsen zu lassen und probierte heimlich die Röcke von meiner Mutter an Als mich eines Tages mein Vater dabei überraschte fiel er vor lauter Schreck auf die Knie und begann zuerst zu beten Doch dann holte er seinen Gürtel hervor und schlug mich so damit als gäbe es kein Morgen mehr Doch das allergrausamste daran war für mich zu erleben dass es ihm sichtlich Freude zu bereiten schien Von da an nannte er mich nur noch den vom Teufel Besessenen Aber ich war doch sein Kind Ich hatte noch nie in meinem Leben etwas Verbotenes getan oder jemandem Leid zugefügt Ich verstand das alles nicht Als meine Mutter starb brach er jeden weiteren Kontakt zu mir ab So kam es dass ich um mein Überleben kämpfen musste Ich hatte nichts zu essen und zu trinken und keinen der mich liebte Für die Gesellschaft war ich ein Waisen Kind Doch ich war stark und habe es geschafft Ich kehrte Turin den Rücken und baute mir in Manchester England ein neues Leben auf Glücklich dabei wurde ich aber nie Ich hatte jetzt zwar ein Dach über dem Kopf Arbeit und zwei Freunde die mich auffingen wenn es mir schlecht ging doch ich empfand dass mein Leben verpfuscht und auf ewig geprägt war doch nicht etwa weil ich in einen falschen Körper hineingeboren wurde dafür kann schließlich niemand etwas weder mein Vater noch meine Mutter und am allerwenigsten ich selbst es ist nun einmal so eine Laune der Natur wie man halt ein schwarzes oder rotes oder blondes Haar haben kann aber ich gebe meinem Vater die Schuld daran dass aus mir dieses Häufchen Elend geworden ist Jahre später nachdem ich in Manchester Fuß gefasst hatte schrieb ich meinem Vater einen Brief ich schrieb wie es mir ginge und dass ich mich mit ihm treffen wolle um endlich meinen Frieden zu finden ich unterzeichnete meinen Brief mit Camilla Spina überraschenderweise erhielt ich auch schnell eine Antwort leider war es aber nicht die die ich mir heimlich gewünscht hatte denn kurz gefasst stand in dem Brief dass ich mich als wahr gewordene Braut des Teufels doch von der nächsten Brücke stürzen sollte ich solle seinen Stand und den guten Ruf den er in der Kirchen Gemeinde hätte nicht durch mein schändliches Dasein beflecken Camilla machte eine kurze Pause dann fuhr sie leise fort ich kann gar nicht alles aufzählen was er mir an Gemeinheiten im Namen dieser Kirche und der heiligen Bibel angetan hat doch dann erhielt ich überraschender Weise vor kurzem Widerpost von ihm in der teilte er mir mit dass er bald sterben würde er war wohl schwer erkrankt Holmes lachte in unpassender Weise laut auf ich traue mich kaum es ihnen zu sagen aber ihr Vater hatte lediglich eine harmlose Grippe und war nach wenigen Tagen schon wieder auf den Beinen Frauen würden diese lächelte wurde aber sofort wieder ernst und erzählte weiter in dem Brief untersagte er mir ausdrücklich nicht an seiner Beerdigung teilzunehmen er bedauere es bis heute dass es mich gibt aber er hoffte dass die lange Zeit die ich in der Hölle nach meinem Tod noch schmoren würde mir meine Verderbtheit schon noch austreiben werde ich war völlig geschockt und konnte es nicht begreifen also beschloss ich kurzerhand genau das zu tun was ihn am allermeisten in Rage bringen würde ich wollte unbedingt an seiner Beerdigung teilnehmen für ihn doch vielmehr für mich selbst die können sich nun sicher vorstellen wie überrascht ich war als ich hierher kam und er mir plötzlich quietschfidel begegnete und so schmiedete ich meinen Plan meinen tödlichen Plan und zwar wollte ich ihn vor den Augen aller demütigen ich forderte ihm am Karfreitag auf mit mir ein Gespräch zu führen die Grabtuch Kapelle erschien mir dabei als der passende Ort ich wollte dass ihn bei der österlichen Grabtuch Schau seine ganze verdammte Kirchengemeinde sieht ich schlug ihn bei unserem Treffen also nieder entwendete ihm seinen Schlüssel und zerrte ihn in das Innere der Kapelle dann zog ich ihn völlig nackt aus band ihn an sein verfluchtes Kreuz und stach ihn mit einem Messer einfach ab einfach so und ich muss gestehen ich fühlte nichts dabei gar nichts doch plötzlich wurde die Türe von außen geöffnet und eine junge Frau kam mit einem Tuch in der Tasche herein sie sah ihn an und begann zu weinen doch nicht etwa aus Mitleid und Entsetzen wie ich anfangs glaubte nein sie weinte aus Erleichterung und erzählte mir dann ihre Geschichte sie nahm das Tuch und bedeckte damit seine Scham sie könnte den Anblick nicht ertragen sagte sie sie umarmte mich wünschte mir alles gut und verschwand auf nimmer Wiedersehen keine einzige Sekunde lang verspürte ich die Angst dass sie mich verraten würde denn wir waren doch irgendwie Schwestern im Geiste es Holmes noch ich wagten es ein Wort zu sagen Camilla selbst war es die Stille durchbrach bitte übergeben sie mich nun der Polizei ich habe heute Mittag erfahren man hätte eine junge Frau wegen des Mordes an dem Pastor verhaftet ich nehme an es ist dieselbe Frau die mir das Tuch gegeben hat ich nickte ich wollte nur noch ein letztes Mal hierher zurückkehren und mich von meinem alten Leben lossagen dann wollte ich mich der Polizei stellen um das arme Mädchen zu entlasten ich werde nie mehr frei sein aber mein Geist und meine Seele werden es sein und das war es mir wert Holmes und ich erhoben uns zusammen mit Camilla sie hakte sich links und rechts bei uns unter und wir begleiteten sie zur Polizeistation ich konnte mir gar nicht vorstellen wie der neue Mörderin in demselben Fall übergeben würden drei Wochen später erhielt Holmes ein Paket aus Turin dem ein Brief beilag der Absender war eine gewisse Gina Milani an den lieben Mr. Holmes und den verräterischen Dr. Watson ich bin frei und das habe ich nur ihnen zu verdanken Mr. Holmes ja zum ersten Mal seit Jahren fühle ich mich wirklich wieder als ein freier Mensch und dieses Gefühl konnte bisher nur ein einziger Mensch mit mir zusammen nachvollziehen deshalb traf mich die Nachricht hart dass Camilla Spina in ihrer Zelle Selbstmord begangen hätte mein Vater ist kurz nach ihrem Tod ebenfalls verstorben ich habe mich leider nicht mehr mit ihm aussöhnen können doch damit kann ich gut leben mein Bruder wurde nun doch alleiniger Erbe hat mir aber sein gesamtes Vermögen vermacht er ist der Meinung als frommer Kirchenmann bräuchte er kein Geld ich werde ewig in seiner Schuld stehen meinen vielen Kindern ist damit gut geholfen und ich weiß sie nun bestens versorgt Genevra und mein Bruder lieben sich wie eh und je und ich wünsche den Mr. Holmes ich muss oft an sie denken deshalb habe ich diesen Zeilen auch ein kleines präsent für sie mit beigelegt in ewiger Dankbarkeit ihre Gina Milani PS der ehrwürdige Kardinal hat natürlich auch eines von mir erhalten nun öffnen sie doch endlich das Päckchen forderte ich Holmes neugierig auf ganz langsam entknotete dieser zuerst das Paketband dann schnitt er mit einem Messer sorgfältig das Klebeband auf um es dann vorsichtig zu öffnen Holmes lachte laut auf mir dagegen blieb die Vorfreude regelrecht im Halse stecken denn zum Vorschein kam ein gut vier Meter langes und mindestens ein Meter breites weißes Leinentuch dessen Vor- und Rückseite das Abbild von Jesus zierte